Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles' Fleischauer, geheimnisvolle Geschichte und heute mit einer ganz besonderen Sendung, eine Sendung, die thematisch wirklich sehr wichtig und bedeutend ist, Kriegsausbruch 1939, Mythos und Realität und es ist ein sehr relevantes und spannendes Thema, was hat es eigentlich mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf sich, welche politischen Entwicklungen haben dazu geführt und inwieweit weichen diese Entwicklungen und Ereignisse in dieser Zeit eigentlich von dem ab, was uns so, ich nenne es mal, im Schulbild der Geschichte, so wie wir es im Schulunterricht mitbekommen würden, vermittelt wird. Und ich habe mir einen Gast wieder eingeladen, ich freue mich, euch vorstellen zu dürfen, den Geschichtsexperten Richard Leder. Hi, schön, dass du da bist, Richard. Und zwar ist Richard Experte auf diesem Gebiet. Er ist auch als Buchautor tätig und hat ein sehr interessantes Buch geschrieben. Und zwar heißt dieses Buch die Hitler-Chronik 1889 bis 1945. Ich halte es einmal in die Kamera und ihr seht, es ist auch umfangreich. Es ist schon vor einigen Jahren, es stand damals noch unter einem Pseudonym, unter dem Namen Reinhard Wolf. Die Zweitauflage, die jetzt bald erscheint, wird dann aber unter einem richtigen Namen erscheinen. Und bevor wir so ins Thema einsteigen, wollen wir ein bisschen über dieses Buch sprechen. Das Buch ist im Prinzip überwiegend zum größten Teil eine Art endlos lange Tabelle, wo du alle Ereignisse im Leben von Adolf Hitler eigentlich rekonstruiert hast. Wann er wo war, an welchem Tag, zu welchem Jahr und dadurch eine eine Art quellenkundliche Grundlagenforschung zum Thema Hitler, zum Thema seiner Biografie gemacht hast, wo jetzt geschichtsinteressierte Menschen oder Forscher Nachschlagewerk haben. Wenn ich das jetzt richtig erklärt habe. Es ist mehr oder minder ist das ein Nachschlagewerk. Wie du schon richtig gesagt hast, sind da Tagesdaten drin von seiner Geburt bis zu seinem Tod in dreistelliger Zahl, was er an den bestimmten Tagen gemacht hat, wo er war, mit wem er gesprochen hat, welche Intention er hatte. Parallel dazu, zu diesen Tagesdaten gibt es jeweils immer einen kleinen geschichtigen Ablauf, damit man weiß, warum war er da, was war die politische Situation und es gibt im Anhang auch dann eben halt noch ein Kapitel über die Orte, wo er war. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand in Düsseldorf wohnt, kann er ganz genau nachgucken, wann war er in Düsseldorf, geht dann vorne in die Tagesdaten rein, was hat er in Düsseldorf gemacht. Und dieses Buch ist ja auch, sowas schreibt man ja nicht mal über Nacht irgendwie locker aus der Hüfte geschossen, sondern da steckt wirklich jahrelange Forschungsarbeit hinter. Du hast mir schon erzählt, wie lange du daran geforscht hast, aber vielleicht nochmal fürs Publikum. Wie viele Jahre muss man arbeiten, um diese Chronologie eigentlich zu erstellen? Naja, ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen, eigentlich ist mein Interesse während der Schulzeit entstanden. In der Schulzeit habe ich natürlich erfahren, dass Adolf Hitler ein irrer Typ war, der die Welt erobern wollte und so weiter und so fort. Und da habe ich mir dann überlegt, Mensch, ein irrer Typ, der hat so viel, in Anführungsstrichen, Erfolg und kann eine Welt erobern, das muss ich mir doch mal näher angucken. Und dann habe ich mir die ersten Biografien geholt, natürlich aus den 60er, 70er Jahren und habe nachgelesen. Und dann lässt sich das Thema Zweiter Weltkrieg natürlich davon nicht abkoppeln. Ich habe dann auch gelesen und dann habe ich festgestellt, Mensch, eigentlich haben die dich doch in der Schulzeit verarscht, da steht ja was ganz anderes drin. Und so habe ich also immer mehr begonnen, mich mit der Person Adolf Hitler auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit seiner Zeit, Drittes Reich, dann eben halt auch der Zweite Weltkrieg. Und habe ganz viele Bücher gelesen und habe dann festgestellt, dass viele Informationen so mosaikartig verstreut sind, wie ein auseinandergenommenes Puzzle im Wohnzimmer umherlegt. Und habe dann im Grunde diese ganzen Daten für mich, da hatte ich noch gar keine Idee gehabt, überhaupt ein Buch zu veröffentlichen. Für mich habe ich das dann mal gesammelt, habe daraus eine Chronologie gemacht. Und eigentlich hat mich meine Frau dabei erwischt und hat gefragt, was schreibst du da eigentlich daran auf und warum machst du das? Ich habe gesagt, ja, es ist so interessant, sowas gibt es noch nicht. So eine Art Chronologie der ganzen Geschichte, eben halt auch mit dem Leben Adolf Hitlers. Und ich habe ihr den Umfang gezeigt und da sagte sie dann, versuch doch mal, dass du ein Buch daraus machst. Vielleicht interessieren sich andere Leute auch. Und das habe ich dann eben gemacht. Also eigentlich ist die Idee auf dem Mist meiner Frau gewachsen. Und praktisch auch auf Basis deiner umfangreichen Notizen über ein privates Studium, was du zu diesem Bereich einfach über Jahrzehnte betrieben hast. Und ich glaube, es sind insgesamt an die 20 Jahre. Etwa 25 bis 30 Jahre. Die praktisch in diese unumfangreiche Tabelle eingefürfen sind. Und ja, ich finde es auch super interessant. Ich habe ja dein Buch, so bin ich ja auch darauf gekommen, die Idee, dass wir zusammen mal so ein Gespräch führen. Es ist jetzt natürlich kein Buch, was man als Gute-Nacht-Lektüre irgendwie abends liest und keine Hitler-Biografie in dem Sinne. Aber es ist ja wirklich so ein Nachschlagewerk. Jetzt arbeitet man an einem gewissen Thema, an einer gewissen Zeit und möchte dann mal wirklich wissen, ja, was war denn vielleicht August 1938? Richtig. Und wenn man dann, hat man jetzt auch vielleicht nicht so wie du 60 Hitler-Biografien in der Bibliothek? Ich glaube 80. Oder 80, sondern man hat vielleicht nur ein oder zwei und da weiß man dann gar nicht, wo soll ich nachschlagen, wo finde ich das überhaupt? Und insofern finde ich die interessant, diese Grundidee für eine historisch relevante Persönlichkeit, das könnte man ja auch mit anderen wichtigen Personen der Zeitgeschichte machen, mal eine Chronologie zu erstellen. Die dann helfen kann einfach, ja, für Menschen, die sich damit näher befassen möchten. Und es ist natürlich ja, wie du auch schon erwähnt hast, dann ja nicht ausgeblieben bei der Auseinandersetzung mit Adolf Hitler und seinem Leben, dass du dich auch mit der ganzen NS-Zeit, mit der ganzen Epoche eigentlich über Jahrzehnte jetzt intensiv auseinandergesetzt hast. Weil man ja Hitler nicht losgelöst vom Dritten Reich, von der Weimarer Republik, vom Zweiten Weltkrieg, von all dem betrachten kann. Und hast dir dadurch, ja, ein wirklich phänomenal umfangreiches Wissen erarbeitet, zu, ja, man könnte sagen, zu der Gesamtepoche. Und das ist so der Hintergrund, warum ich dieses Gespräch so gern mit dir führen würde. Weil ich bin auch im Thema, ich bin ja geschichtlich interessiert, aber da habe ich im Vergleich zu dir ja nur mosaikhaftes Wissen. Weil ich ja auch nicht so spezialisiert und seit so langer Zeit mich damit auseinandersetze. Und insofern ist es mir eine große Freude, dich als Experten jetzt hier zu haben, um dieses Thema Kriegsbeginn 1939 einmal näher zu beleuchten. Und ich kann ja nochmal ein bisschen erzählen, wie es aus meiner Sicht, warum es aus meiner Sicht auch so diese Relevanz hat. Wir werden ja in den Medien alltäglich eigentlich mit dieser Thematik konfrontiert. Also ich glaube, wenn man jetzt den Fernseher einschaltet und einmal durch die Programme zappt, dann wird man irgendwo automatisch auf eine Dokumentation über Hitler oder den Zweiten Weltkrieg stoßen. Wenn man sich Printmedien anschaut, ständig irgendwelche Artikel. Also wir werden bombardiert mit diesem Themenkomplex und es werden immer dieselben Narrative bedient. Und auch in der Schule werden sie so vermittelt. Und kurz gesagt, die Geschichte ist so, Adolf Hitler, ein schrecklicher Diktator, der wahrscheinlich böseste Mensch aller Zeiten, beschließt irgendwann die Weltherrschaft an sich zu reißen, die Welt zu unterjochen. Und er beginnt 1939 mit Polen, einem friedlichen, nicht vorbereiteten Nachbarn, den er brutal überfällt. Und später folgen dann dominosteinartig weitere Staaten in Europa, die überfallen werden. Und das ist jetzt leicht polemisch und etwas überzeichnet. Aber so in etwa wird diese Geschichte gebetsmühenartig immer wieder erzählt, immer wieder uns in die Köpfe gehämmert. Und sie hat so wenig eigentlich mit den tatsächlichen Fakten und Hintergründen zu tun. Und die wiederum dann mal zu beleuchten und zu entschlüsseln, die macht diese sehr eindimensionale Geschichte oder vielleicht zweidimensionale Geschichte, wie sie uns vermittelt wird, plötzlich farbig und man sieht sie in 3D und dann ist sie sehr umfangreich und interessant mit sehr vielen Querverbindungen. Warum, wer, welcher Akteur wann wie gehandelt hat, welche Interessen vertreten wurden und welche Ereignisse zu welchen Reaktionen führten. Und dann ist das wie eine sehr komplexe chemische Reaktion. So könnte man das vielleicht mal mit so einem naturwissenschaftlichen Bild irgendwie vergleichen. Und dann doch eine ganz andere Gemengelage, die sich auch von diesem Moralisieren löst mit Schwarz und Weiß, guten und bösen Akteuren oder noch Neutralen. Sondern es entsteht dieses große Schachbrett der Politik, wenn man so will. Und da wollen wir heute versuchen, aber ich denke, es wird uns auch gelingen, einmal tiefer einzusteigen. Und vielleicht können wir ja mal schauen, was ist unmittelbar vor 1939, vor dem Kriegsbeginn eigentlich so passiert. Ich meine, im Jahr 1938, was hat das Deutsche Reich, was haben Hitler da außenpolitisch eigentlich gemacht und warum eigentlich? Also ich denke jetzt so spontan, so Anschluss Österreich, diese Sachen, worum ging es da? Warum ist das passiert? Naja, ich sage mal, als Hitler Reichskanzler wurde, im Januar 1933, hat er natürlich dann in Folge der Zeit versucht, auf dem politischen Parkett zurückhaltend zunächst aufzutreten. Aber das wurde von den Staaten England, Frankreich eigentlich nicht so honoriert. Es ging ja eigentlich um die gewaltfreie Rückgewinnung der im Ersten Weltkrieg verlorenen Gebiete. Da sprechen wir ja von Eubel Malmödie, wir sprechen vom Saarland, wir sprechen von der Rückgewinnung des entmilitarisierten Rheinlandes. Das sind alles Sachen, die vor 1938 passiert sind. Dann sagtest du ja schon richtig, im März 1938 wurde Österreich dem Deutschen Reich angegliedert. Alles auf friedlichem Wege. Und jetzt kommen wir zum Jahr 1939, eigentlich noch 1938, wo Verhandlungen eigentlich mit Polen geführt wurden. Da ging es eigentlich nur um die exterritoriale Verbindung zwischen dem Deutschen Reich und Ostpreußen, was ja durch Westpreußen sozusagen abgetrennt wurde. Danzig wurde ja sozusagen Völkerbundsmandat unter polnischem Einfluss. Auch das wollte Adolf Wettler haben und er hat seit 1933 eigentlich schon mit seinen Außenminister Verhandlungen angestrebt, eben halt um diese Verbindung zu bekommen, um eben halt Ostpreußen wieder an das Deutsche Reich anzugliedern. Das wurde aber von der polnischen Regierung, also von Warschau, stets abgelehnt. 1938 wurde dann eben halt strikter auf die Erfüllung dieser Verbindung, oder wurde diese Verbindung strikter gefordert. Es ging dabei um eine Autobahn, sagte ich ja schon, von dem Deutschen Reich, also von Pommern bis nach Ostpreußen, mit der Anbindung Danzigs und mit einer Bahnverbindung, um eben halt auch die Energieversorgung des Landes Ostpreußen sicherzustellen. Auch da hat sich Polen also stets geweigert. Und man muss sich eigentlich wundern, denn das Angebot, was Adolf Wettler gemacht hat, war unter anderem, dass er auf die übrigen Länder, also sprich Prusen und Schlesien, verzichten wollte. Die Verhandlungen gingen ungefähr bis Januar 1939. Polen hatte sich weiterhin eigentlich verweigert, diesen Anschluss stattzugeben. Natürlich auch mit englischer Unterstützung. Die Engländer hatten da also den Polen mehr oder minder Beistand geleistet, dass diese Verbindung nicht zustande kommen sollte. Was auch ganz interessant ist, ich sagte ja schon, dass Verhandlungen ab Mai 1933 eigentlich schon geführt wurden. Schon damals ist Polen nicht auf die Vorschläge eingegangen, sondern Polen hat immer Verbindung mit Frankreich gesucht und hat versucht, Frankreich eigentlich zu einem militärischen Schlag gegen Deutschland zu gewinnen. Marschall Piszewski war da der führende Kopf. Die Franzosen haben allerdings abgelehnt, wobei es dann zu dem polnisch-deutschen Nicht-Angriffspakt 1934 kam. Ja, der letzte, oder ich sagte ja, dass im Januar 1939 die Verhandlungen sozusagen dann aufgegeben wurden. Bereits am 23. März 1939 hat Polen dann eine Teilmobilmachung durchgeführt. Und mit der Begründung, die deutsche Armee hätte Manöver an der polnischen Grenze durchgeführt, was sich nachher aber allerdings als Falschmeldung herausgestellt hat. Und ab Februar 1933 erarbeitete die polnische Armee schon Leitlinien für einen militärischen Schlag gegen Deutschland. Das war sozusagen die Operation West. Ich hake mal kurz ein, weil da hast du jetzt hier in einer Seelenruhe so viele doch eigentlich wesentliche Punkte erwähnt. Also der Punkt zum Verständnis nochmal für die unter euch Zuschauer, die vielleicht jetzt auch nicht so die Karten vor Augen haben. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Deutschland Teile seines Territoriums verloren. 70.000 Quadratmeter. Und ein Teil davon oder ein wesentlicher Teil ging an Polen. Und unter anderem war das Gebiet Ostpreußen vom Rest des Deutschen Reiches abgetrennt. Und da gab es in diesem polnischen Korridor. Und Hitler wollte jetzt eine Verbindung schaffen zwischen dem Deutschen Reich und dem abgetrennten Ostpreußen. Er wollte aber das dazwischenliegende Gebiet, ich glaube das ist ja Westpreußen, nicht annektieren. Das war nicht seine Forderung. Es ging nicht um eine Gebietsabtretung, es ging lediglich darum, eine Autobahn und eine Bahnlinie durchzubauen. Was ich schon mal interessant finde, so im Vergleich zu dem Narrativ vom Welteroberungsplan. Aber gut, das sei so mal dahingestellt. Und parallel dazu war die Entwicklung dann so, dass die Polen das immer vehement abgelehnt haben. Und sie hatten diplomatische Rückendenkungen der Briten. Richtig. Und haben gleichzeitig aber auch versucht mit den Franzosen ein Bündnis aufzubauen. Und die Franzosen zu einem Angriff, einem Zwei-Fronten-Krieg gegen Deutschland zu motivieren. Ja. Wenn es jetzt dazu gekommen wäre, rein hypothetisch, Frankreich hätte sich darauf eingelassen, Polen und Frankreich hätten Deutschland angegriffen, dann habe ich zwei Fragen. Was wäre das Kriegsziel der Polen gewesen? Und zum anderen, warum hätten die sich Siegeschancen ausgemalt? Weil in der Schule lernt man ja immer, dass Polen jetzt militärisch hoffnungslos unterlegen, das Deutsche Reich unter Hitler diese supermilitarisierte Großmacht. Wie konnten die sich denn überhaupt ausmalen, sie hätten eine Chance gegen dieses Deutschland? Und was hätten sie überhaupt gewollt? Ja, ich sagte ja, dass im Februar 1939 ja schon Angriffspläne ausgearbeitet wurden, dieser sogenannte Operation West. Und da gab es, oder da wurden schon Pläne veröffentlicht, wie die polnische Westgrenze auszusehen hat, wo sie verläuft. Man kann das heute ungefähr so darstellen, dass wir in der heutigen Bundesrepublik einen Strich ziehen, etwa von Bremen bis runter nach Rosenheim. Ja, das sollte also polnisches Gebiet werden. Ich glaube, die Polen hatten eigentlich schon immer so eine Großmachtstellung in ihrem Sinn. Sind aber Falschinformationen eigentlich unterlegen gewesen, denn es hieß, die deutsche Wehrmacht sei schlecht ausgerüstet und hätte eigentlich gar keine Panzer, sondern die hätten nur irgendwelche Fahrgestelle aus Pappmaché. Und was auch daraus resultiert, dass nachher während des militären Schlages, der ja eigentlich nur rund drei Wochen gedauert hat, die Polen sozusagen mit Kavallerie die deutschen Panzer angegriffen haben. Sie waren also auch falsch informiert. Die Frage ist jetzt, wer hat sie falsch informiert? Weiß man darüber was? Ist darüber was bekannt? Da kann man also nur spekulieren. Das werden ja irgendwelche geheimdienstlichen Verbindungen, militärische Aufklärung, sowas gewesen sein. Ich frage mich dann, hatten die Polen selber einen Geheimdienst? Also natürlich hatten sie einen Geheimdienst in irgendeiner Form, der sicherlich auch in Deutschland aktiv war. Aber war das der polnische Geheimdienst, der sie mit solchen Fehlinformationen gefüttert hat? Dann wäre ihr Geheimdienst ja ziemlich schlecht gewesen. Oder gab es vielleicht externe Quellen, die sie dementsprechend versorgt haben, mit Informationen, die sie auch dann in eine gewisse Richtung eigentlich erst bringen? Ja, das mag sein. Wenn man sich mal die Rolle Roosevelts ansieht, es gab ja, oder ich sage mal im August 1939 ist ja der Nicht-Angriffsplan ausgearbeitet worden mit Russland. Bei diesem Plan gab es ja das sogenannte Geheimabkommen, dass Polen zwischen Deutschland und Russland aufgeteilt wird. Und diese Aufteilung, die ist durch den Geheimdienst sozusagen Roosevelt bekannt geworden. Er hatte also Kenntnis von dieser Sache. Er hat Warschau darüber aber nicht informiert. Das bedeutet, wenn Roosevelt Warschau über die Aufteilung Polens informiert hätte, dann wäre Warschau mit Sicherheit auf die Vorschläge Adolf Hitlers eingegangen und hätte eben halt diesem Korridor zugestimmt. Und es wäre nicht zum Zweiten Weltkrieg. Ich muss jetzt nochmal zum chronologischen Verständnis nachhaken. Also es kommt irgendwann zum, diesen berühmten, ich glaube, Rimm-Trop, der diese Hitler-Stalin-Nicht-Angriffspakt. Und dort wird praktisch von Hitler und Stalin zwischen Deutschland und der Sowjetunion schon mal sozusagen für den Fall der Fälle, wenn es zu einem Krieg käme, Osteuropa aufgeteilt. Wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und wann war das? War das schon bevor es die polnischen Angriffspläne auf das Deutsche Reich gab? Oder war das danach? Wie ist das einzuordnen? Also da haben ja unabhängig voneinander Polen und das Deutsche Reich und die Sowjetunion, die haben ja alle so dann irgendwie so ihre Kriegsszenarien wohl entwickelt. Ja, es gab natürlich vor dem Hitler-Stalin-Pakt gab es natürlich die polnischen Aktivitäten. Ich sagte ja, am 23. März 1939 erfolgte die Teil-Mobilmachung. Anfang 1939 errichtete Polen Zollschranken um die Stadt Danzig, um eben halt Danziger Erzeugnisse zu boykottieren. Die Zöllner wurden sogar in polnische Armeeuniformen gestärkt und wurden bewaffnet. Am 30. August 1939 unterbreitete Hitler Polen, also war praktisch kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, oder vor dem Einmarsch in Polen, unterbreitete Hitler sein letztes Angebot an Warschau, nochmal den Korridor zu bauen, jetzt mit dem Zusatz eine Volksabstimmung in dem nördlichen Gebiet Westpreußens abzuhalten, ob Westpreußen tatsächlich zum Deutschen Reich gehören möchte oder ob es polnisch bleiben sollte. Dem Gebiet oder dem Land, dem dann dieser nördliche Bereich Westpreußens zugeschrieben werden sollte, was die Volksabstimmung ja dann ergab, sollte dem anderen Land dann eben halt den Korridor gewähren. Also wenn Westpreußen jetzt polnisch geblieben wäre, dann sollte der Korridor, wie wir schon sagten, von West nach Ost, also von Pommern nach Ostpreußen gebaut werden. Sollte allerdings die Abstimmung so lauten, dass Westpreußen ins Deutsche Reich zurückkommen sollte, dann hatte Hitler den Polen gewährt, von Posen aus einen Korridor nach Gutenhafen, nach Gdengen zu bauen, um den Polen den Zugang eben halt auch zur Ostsee zu gewähren. So fair war er. Immer noch unter dem Aspekt, die übrigen polnischen Gebiete, die nach dem Ersten Weltkrieg verloren waren, eben halt zu garantieren. Das hat, glaube ich, keine der 16 Weimarer Regierungen gemacht. Das heißt, er hat eigentlich Polen gegenüber mehr Zugeständnisse auf der außenpolitischen Ebene gemacht, als es die Weimarer Republik während ihres Bestehens gemacht hat. So sieht es aus. Und auch eigentlich ja in Bezug auf den Korridor ein, ja man kann es nicht anders nennen, ein faires Angebot gemacht. Also was kann man noch machen? Da ist ein umstrittenes Territorium, Westpreußen, und er macht den Vorschlag oder stellt die Forderung, dort eine Volksabstimmung durchzuführen und dann zu sagen, okay, das Volk demokratisch soll entscheiden und möchte es zu Polen oder zum Deutschen Reich gehören. Und dann aber dem Staat, der bei dieser Abstimmung praktisch unterliegt, trotzdem diese Korridorverbindung zu gewähren. Also eigentlich ist es eher ein Angebot, wo ich jetzt denke, wenn der polnische Staat rational handeln würde oder mit guten Absichten, was er hätte annehmen müssen. Also im Sinne von einer Demokratie, im Sinne auch des Friedens. Also das ist ja ein Angebot, was eher ja fast schon in Richtung wie Kooperation geht. Ich will jetzt nicht so das jetzt vergleichen mit der Europäischen Union oder wirtschaftlichen Verflechtungen, aber das war ja jetzt nicht unfaires Säbelrasseln oder einen anderen Staat so unter Druck setzen mit nicht erfüllbaren Forderungen, sondern das war ja wirklich etwas, wo ja auch ein am Frieden interessiertes Polen hätte Jasa zustimmen müssen, aus meiner Sicht zumindest. Ja, vor allen Dingen, das war ja auch die letzte Gebietsforderung, die eigentlich friedlich eingeleitet werden sollte. Wir sagten ja, vor 1938 war ja die Angliederung Österreichs. Dann kam ja im Grunde die Angliederung des Sudetenlandes, kurz darauf das Memelgebiet. Das wurde ja alles auf friedlichem Wege, auch durch Verhandlungen zurückgewonnen. Und das sollte ja genauso friedlich im Grunde eigentlich auch abgehandelt werden. Nur die Polen waren ja auch sehr bestärkt durch die Engländer. Und 1939, also kurz vor Kriegsbeginn, hat ja auch der ehemalige deutsche Reichskanzler Brüning, der in London im Exil gelebt hat, ein Angebot, ein Kompromiss den Engländern vorgelegt. Sie sollten doch eigentlich auch auf diese Friedensvorschläge Adolf Hitlers eingehen, um einen Krieg, um einen militärischen Schlag gegen Polen zu verhindern, der drohte. Die Antwort, die er von Churchill bekommen hat, ist, was wir wollen, ist die völlige Zerschlagung der deutschen Wirtschaft. Und zur gleichen Zeit hat sich der französische Botschafter in Berlin, André-François Ponset, geäußert und sagte, man muss mit den Deutschen leben, aber viel besser wäre es, sie aus Europa zu vertreiben, so wie einst die Araber aus Spanien vertrieben worden sind. Und das sagt ja eigentlich alles. Das sagt sehr viel. Ich versuche es nochmal auch zusammenzufassen, weil es ist ja eigentlich ein komplexes Bild aus verschiedenen Interessen. Du hast zum einen mal das Deutsche Reich. Das Deutsche Reich möchte verschiedene von Deutschen besiedelte Gebiete auf friedlichem Wege erstmal angliedern. Das gelingt mit dem Deutsch-Österreich, also das ist heute das heutige Österreich. Es gelingt mit dem Sudetenland und es soll dann eigentlich weitergehen mit diesem Westkorridor, wobei ja auch dann erst als spätere Folge, am Anfang geht es nur darum, eine Autobahn und eine Bahnverbindung zu bauen. Dann hat man Polen. Polen hat eigentlich ein Interesse daran, als Großmacht wieder aufzuerstehen, so wie Polen ja schon im 15. Jahrhundert eine europäische Großmacht war. Man träumt von der Wiederauferlebung von einer Renaissance Großpolens. Nur soll das diesmal wirklich weit nach Westen reichen, eigentlich so bis an die Elbe, glaube ich. Ich glaube, die Elbe wäre der Grenzfluss so ungefähr gewesen von Großpolen. Und was ich interessant finde, bei diesen polnischen Großmachtsfantasien geht es ja viel auch darum, um die Geschichte Germanen-Slawen. Man weiß ja bei den Nationalsozialisten, es gibt viel den Germanen-Mythos und vieles bezieht sich auf das Germantum. Bei den polnischen Nationalisten ging es viel um die Slawen. Und die Gebiete, die sie einfordern, sind die Gebiete, die im Frühmittelalter als elbslawisch bezeichnet werden. Wobei daher, das ist auch nochmal ein gesondertes Thema, wer dann eigentlich die Germanen sind und wer die Slawen und so weiter und so fort. Aber zumindest in diesem polnisch-nationalistischen Geschichtsbild heraus, aus dieser Perspektive, sind das Gebiete, auf die sie meinen, durch die frühmittelalterliche Geschichte einen Anspruch zu haben. Und dann kommen natürlich jetzt aber solche Staaten ins Spiel wie Frankreich oder England. Und du hast es schon angedeutet, so Äußerungen, man möge doch die Deutschen vertreiben und solche Sachen. Und dann ist es ja auch später in den preußischen Gebieten dann ja auch tatsächlich so gekommen. Finde ich ja interessant. Ja, es hat ja schon Überfälle gegeben in den 20er Jahren auf die ehemaligen deutschen Gebiete. Vor allen Dingen Überfälle auf Posen und auf Schlesien. Und sogar 1938 wurde ja im Grunde auch Ostpreußen eigentlich von den Polen gefordert. Und da begann ja eigentlich schon kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, begann ja eigentlich auch schon die, also Hetztiraden eigentlich in der Presse. Sodass ja, das wissen wir ja alle, dass im Grunde ja die deutsche Bevölkerung dort vertrieben wurde. Es gab Pogrome. In dieser Zeit hat dann auch eine große Flüchtlingswelle stattgefunden. Etwa 180.000 Vertriebene sind dann gegen Westen geflohen oder nach Danzig. Das ist interessant, weil ich glaube, das wissen die wenigsten. Also das weiß man nur, wenn man sich wirklich mal detailliert mit der Geschichte auseinandersetzt. Es gab am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, also 1938, ein Jahr ungefähr oder nicht mal ein Jahr vor dem Angriff auf Polen, gab es Übergriffe auf die deutsche Minderheit in Polen. Wo mehrere, hunderttausende tatsächlich Deutsche fliehen mussten, vertrieben mussten. Erzähl doch das mal detaillierter, weil ich glaube, das wird für viele Leute neu sein. Na ja, dass es Pogrome gab, dass es eine Unterdrückung gab in Polen, seitdem im Grunde diese Gebiete Polen zugeführt wurden, das ist ja eigentlich allgemein bekannt. Aber wie grausam diese Pogrome waren, das ist glaube ich vielen nicht bekannt. Also ich sagte ja, dass die Deutschen dort von ihren Höfen vertrieben wurden. Sie durften ja auch keine deutsche Sprache sprechen. Die Schulen wurden verboten, das Vieh wurde ihnen weggenommen und so weiter und so fort. Also die Bauernhöfe wurden ja direkt angezündet. Und es gab ja keine Möglichkeit für die Deutschen, dort irgendwo jetzt sich eine sichere Zukunft aufzubauen. Und viele haben natürlich dann das Land verlassen. Also es gab schon diese Flüchtlingsströme aus den Polen zugesprochenen ehemaligen deutschen Gebieten. Weiß man eigentlich, was ist das erforscht über die Täter? Ja, also klar, das waren Polen, ist klar, aber es waren ja nicht jetzt jeder Pole glühender deutschen Hasser. War das gegebenenfalls durch die polnische Regierung gestützt? Waren das politische Gruppierungen in Polen? Weiß man darüber was? Oder waren das einfach die ansässigen Bauern, die polnischen Bauern, die jetzt ihre deutschen Nachbarn vertreiben wollten? Die Frage stellt sich mir, es ist ja oft bei solchen Ereignissen so, dass es da auch Strippenzieher gibt. Also darüber habe ich ehrlich gesagt keine Kenntnis. Also ich nehme aber an, dass das wohl mehr oder minder der polnische Mob war, der, ja ich sagte ja, der durch die Presse aufgehetzt wurde. Selbst die Soldaten wurden ja aufgehetzt, wurden unter falschen Voraussetzungen, wurden sie ja sozusagen in den Krieg geschickt. Diese Pogrome hatten ja auch kein Ende, als die deutsche Wehrmacht dann in Polen einmarschierte. Wir denken nur an den Bromberger Blutsonntag. Was ist da passiert? Bromberg, wissen wir, ist eine Stadt in Brusen und dort wurde kurz nach dem Einmarsch, also zwei Tage, ich glaube 2.3. September, wurden dort, wo die deutsche Bevölkerung dort mehr oder minder, ja, ausgemerzt, sag ich mal. Also es waren ungefähr 1000 Opfer zu beklagen, allein schon, allein nur in zwei Tagen, die dort sozusagen hingemurchelt wurden, auf grausame Art und Weise. Kleine Kinder, alte Leute, alles was man greifen konnte. Das heißt also, das war kurz nach Kriegsausbruch, die Wehrmacht hat Polen überfallen und dieser Teil war jetzt natürlich noch nicht erobert. Der war noch nicht erobert. Und dann hat man dort aber die ansässige deutsche Bevölkerung massakriert. Richtig. Interessant. Interessant ist für mich auch wirklich die Frage, welche Kräfte haben in Polen oder außerhalb Polens eigentlich dazu beigetragen, die Polen so aufzustacheln? Woher kam der Hass auf die Deutschen? Das ist für mich eigentlich unerklärlich, wenn man sich die polnische Geschichte anschaut. Polen war ja als Kongress Polen Teil Russlands, des Zarenreiches. Und es waren dann ja im Verlauf des Ersten Weltkriegs war es ja das deutsche Kaiserreich, was überhaupt einen polnischen Staat erst wieder neu gegründet hat. Eigentlich verdankt Polen seine Neugründung als unabhängiger Staat den Deutschen. Man müsste eigentlich erwarten, die Polen müssten den Deutschen dankbar sein in dieser Zeit. Ja, deswegen ist das für mich eigentlich auch unbegreiflich, warum die polnische Bevölkerung oder ein Teil der polnischen Bevölkerung so reagiert hat. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ja, es hinterlässt viele Fragezeichen, aber es ist so die Entwicklung, die es gab. Du hattest vorhin schon hier so zwei große Namen erwähnt, Roosevelt und Churchill. Vielleicht könnten wir ja mal ein bisschen über deren Interessen sprechen. Was waren Großbritanniens außenpolitische Ziele oder Interessen in Bezug auf Europa, in Bezug auf Deutschland und Polen? Wie gesagt, es ist ja auch noch eine Zeit, wo das britische Empire bestand. Also Großbritannien war ja noch Weltmacht, zwar vielleicht auf dem absteigenden Ast, aber de facto immer noch Weltmacht. Was waren deren Interessen? Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Die Engländer haben ja den Polen sozusagen ein Beistandspakt dargeboten. Dadurch hat Polen eigentlich auch den Mut gehabt, gegen Deutschland Krieg zu führen. Ich nehme an, dass die Motive des Zweiten Weltkrieges wohl genauso waren wie die Motive des Ersten Weltkrieges. Man wollte ganz einfach, was Churchill ja auch sagte, die deutsche Wirtschaft zerstören. Zwar war die deutsche Wirtschaft bis 1936, kann man etwa sagen, ja eigentlich lag da nieder, aufgrund des Versailler Vertrages. Wir kennen ja die Zeit der Weimarer Republik. Deutschland hatte ja 270 Milliarden Goldmark innerhalb von 24 Jahren zu bezahlen. Es gab ja noch mehrere Forderungen der Alliierten, die waren ja im Grunde eigentlich nicht aufzubringen. Und die deutsche Wirtschaft hat sich ja bis 1936 eigentlich überhaupt nicht erholt, sondern es gab ja Not, Hunger, Elend. Vielleicht bis auf die Jahre 1924, 1929, die unter amerikanischer Anleihe so ein ganz klein bisschen für Ruhe gesorgt haben. Aber ab 1929 mit der Weltwirtschaftskrise ging es ja wieder bergab. Vielleicht war das der Neid der Engländer, dass die deutsche Wirtschaft sich ab 1936 so erholt hat wieder. Das heißt, Deutschland hat, also das war ja dann ja noch die, nee das war ja schon unter nationalsozialistischer Regierung, aber Deutschland hat praktisch trotz des Versailler Diktats, trotz eigentlich einer Ausgangslage, wo man erwarten könnte, jetzt haben sie nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland in die Knie gezwungen, sich wiedererwartens wirtschaftlich, ja vielleicht nicht erholt, aber so weit aufgerappelt, dass man Deutschland wieder als Bedrohung wahrgenommen hat oder einfach festgestellt hat, die bisherigen Maßnahmen zur Niederdrückung Deutschlands haben nicht ausgereicht. Ja, genau. Was war Frankreichs Interesse? Also Deutschland und Frankreich hatten eine alte, ja jahrhundertealte Feindschaft, das ist klar. Das war in dieser Zeit noch so, Deutschland und Frankreich waren immer in West- und Mitteleuropa diese beiden starken Nationen, die um die Vorherrschaft konkurrierten. Aber unmittelbar jetzt, ja nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er, 30er Jahren, was war überhaupt in Frankreich los? Was waren da noch die Ziele der Franzosen, die außenpolitischen? Ja, Frankreich war ja im Grunde immer so ein bisschen verbündeter mit England. Frankreich hatte ja auch starkes Interesse, politische Verbindungen mit Russland aufzunehmen. Also ich sehe da so ein bisschen die Einkreisung Deutschlands. Also vielleicht sogar, wie das eben halt dieser François Pensee sagte, das Vertreiben der Deutschen aus Europa. Und dann eben halt eine gewisse Landnahme. Was ja auch nach dem Versailler Diktat ja eigentlich auch geschehen ist. Entlang des Rheines haben ja die Franzosen erhebliche Teile Deutschlands sozusagen eingenommen. 1923 sind die Franzosen ja auch ins Ruhrgebiet einmarschiert und haben sich dort bedient, weil die Deutschen aufgrund des hohen Drucks im Grunde die Zahlung an Frankreich nicht in dem Sinne, wie das eigentlich gewünscht wurde, vorgenommen haben. Ich glaube, da ging es um ein paar Telegrafenstangen oder sowas in dem Dreh. Und das reicht ja eigentlich schon aus, dass die Franzosen, wie gesagt, einmarschiert sind. Das ist auch eine Geschichte, die wundersamerweise mir nicht in der Schule beigebracht wurde. Sehr überraschend. Das heißt, da sind wir jetzt in den 20er Jahren. Wir machen einen kleinen Sprung nach hinten. Deutschland war verpflichtet, diese Reparationszahlung an Frankreich zu zahlen nach dem Ersten Weltkrieg. Und die waren natürlich erdrückend hoch. Und wie du schon sagtest, aus völlig nichtigem Anlass, als Deutschland wirklich aber aus der Not heraus, dem nicht nachkommen konnte im geforderten Maße, sind die Franzosen im Rheinland einmarschiert. Richtig. Wie lange sind sie dort geblieben und was ist da alles dann vorgefallen? Ja, die Franzosen waren 1923, Anfang 1923, sagte ich ja schon, sind ins Rheinland einmarschiert. Daraufhin folgte ja ein passiver Widerstand der Regierung, das heißt also praktisch, keine Räder rollten mehr dort. Dieser passive Widerstand ließ sich aber nicht allzu lange halten, denn unter alliiertem Druck und unter Protest des Völkerbundes ist dieser passive Widerstand dann wieder von der Reichsregierung im Herbst 1923 aufgehoben worden. Also ich glaube, dann sind die Franzosen oder haben die Franzosen nachher auch wieder das Rheinland verlassen. Aber es ist ja zumindest auch schon mal ein interessanter Vorgang, also dass sie es überhaupt gemacht haben, das Rheinland besetzt haben. Man weiß ja schon, es war seit Jahrhunderten, ich glaube schon seit Ludwig XIV. eigentlich außenpolitisches Ziel Frankreichs bis zum Rhein und darüber hinaus eigentlich vorzustoßen und deutsche Gebiete zu besetzen. Also da muss man ja sagen, da sind die Franzosen als Nation ja jahrhundertelang fast schon besessen von gewesen, von dieser Eroberungsstoßrichtung nach Osten ins Rheinland. Das wird auch immer gerne so, wenn es um deutsch-französische Geschichte geht, finde ich irgendwie so unter den Teppich gekehrt, dass Frankreich vehement immer, immer rechtsrheinische Gebiete eigentlich besetzen wollte und annektieren wollte. Und das einfach ihr expansionistisches Ziel gewesen ist. Jetzt ist es so, wenn wir jetzt nochmal so zurückkommen auf die ganze Geschichte Kriegsausbruch, Deutschland, Polen 1939, diese ganzen Verhandlungen, die wir aufgeführt hatten, die scheinen dann ja irgendwann gescheitert zu sein. Also du hattest, glaube ich, zuletzt erklärt, es gab dann das letzte Angebot von Hitler mit der Volksabstimmung in Westpreußen, die Verliererseite bekommt einen Korridor. Scheinbar haben die Polen dieses Angebot auch nicht angenommen. Was war dann stattdessen der Ablauf der Ereignisse? Was folgte dann? Naja, an dem Tag, an dem Adolf Hitler sein Angebot abgegeben hat, hat dann im Grunde die polnische Armee nicht nur die Teilmobilisierung gemacht, sondern sie hat voll mobilisiert. Und das bedeutet, dass im Grunde dann, wie gesagt, Anfang September die Wehrmacht dann in Polen einmarschiert ist. Das heißt, die Deutschen haben, die haben natürlich auch geheimdienstliche Informationen sicherlich gehabt, die wussten, die Polen machen jetzt mobil, eine Vollmobilmachung. Man muss ja auch als Staat, völlig unabhängig von Deutschland und Polen, wenn man jetzt im Streit mit seinem Nachbarn liegt, bekommt man es ja mit der Angst zu tun, wenn der jetzt eine Vollmobilmachung durchführt. Da muss man ja damit rechnen, ich könnte jetzt angegriffen werden. Gab es denn auch eine deutsche Vollmobilmachung? Also ich meine nämlich mal, worauf ich hinaus will, ich meine mal gehört zu haben, natürlich gab es die irgendwann, sonst hätten die Deutschen auch nicht angreifen können. Ich bin aber der Meinung, die gab es nach der polnischen. Es gab zuerst die polnische Form. Ich sagte ja, am 23. März gab es die Teilmobilmachung, da hat Deutschland eigentlich noch gar nicht damit gerechnet oder hatte eigentlich noch nicht die Pläne, dort in Polen einzumarschieren, weil es ja immer noch auf die friedliche Lösung eigentlich gehofft hat. Nicht umsonst sind ja laufend die Friedensangebote Adolf Fittlers an die Regierung in Warschau gerichtet worden. Von einem militärischen Schlag hatte man eigentlich völlig abgesehen. Nur, wie gesagt, man hatte ja auch geheimdienstliche Erkenntnisse, dass eben die halt die Polen teilmobil machen und dann Vollmobil machen. Und da konnte man natürlich auch nicht länger warten. Ja klar, in dem Moment ist man ein Zugzwang. Ja, natürlich. Vor allen Dingen, weil ja auch die Landkarten auftauchten, von denen ich vorhin erzählt habe, dass die Hälfte der heutigen Bundesrepublik sozusagen schon in polnischem Geiste dem Land zugeordnet wurden. Vor allem von Polen aus, also würde man hypothetisch annehmen, eine polnische Armee würde zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland einmarschieren und wäre schlagkräftig genug, die Deutschen dann irgendwie zu schlagen und durchzumarschieren. Also der Weg nach Berlin ist nicht weit. Von Polen aus ist man ja, also theoretisch zumindest, geografisch betrachtet, geht eine Gefahr aus. Also eine Armee, müsste ja auch nicht die polnische sein, war dann ja auch später dann die rote Armee, die kann von dort aus recht schnell nach Berlin durchpreschen. Also das ist schon etwas, es ist ja nicht so, dass man dann sagt, naja, unsere Hauptstadt, die liegt weit entfernt, lass die mal angreifen, wir haben unheimlich viel Hinterland, wir können die hinhalten oder die Front in die Länge ziehen. Sondern das ist schon ein Szenario, wo man weiß, oh, wenn die uns angreifen, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. So, dann kommt es irgendwann aber zu dem Angriff der Deutschen. Die Deutschen greifen dann an. Meine Frage wäre, wenn die Polen aber vorher mobil gemacht haben und auch vorher so viele Verhandlungen abgelehnt haben, was hat die Polen denn abgehalten anzugreifen? Es hätte ja auch so sein können, dass die dann tatsächlich vor Hitler angreifen. Weiß man darüber, was war es dann? Doch, doch, sag ich mal, die Angst vor dem Krieg oder... Hatten sie vorher nur geblufft? Das ist natürlich schwer zu beantworten, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die deutsche Wehrmacht einen Präventivschlag ausgeführt hat. Das heißt, dass die Polen tatsächlich angreifen wollten, Deutschland aber schneller gewesen ist. Ja, den Eindruck habe ich. Das ist natürlich eine sehr provokante These, also steht im ganz starken Widerspruch zum allgemein vermittelten Geschichtsbild, aber die Gedanken sind ja frei und wir dürfen ja frei Gedanken haben, zum Glück noch. Und solche Szenarien mal durchdenken. Also es ist auf jeden Fall spannend. Jetzt kommt es zum deutschen Angriff und da gibt es auch diese ganz berühmte Rede von Adolf Hitler. Ich glaube so sinngemäß, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Das ist ja auch eine interessante Aussage. Es wird zurückgeschossen. Die ist ja insofern interessant, also weil normalerweise, so wie man das vermittelt bekommt, da spricht jetzt ein Wahnsinniger. Der größten Wahnsinn, der Diktator, der sein Nachbarland überfällt, was überhaupt nicht damit rechnet, der erzählt jetzt noch, es wird zurückgeschossen. Also eine Verdrehung irgendwie der Tatsachen. Wie kommt Hitler zu dieser Aussage? Da wird zurückgeschossen. Ja, gut, gehen wir erstmal zur Uhrzeit. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ist eigentlich eine Falschaussage. Es wurde schon seit 4.45 Uhr zurückgeschossen. Ja, da hat er sich um eine Stunde vertan, aber das ist ja auch nicht so wild. Bezeichnend ist natürlich, dass es einige Scharmützel schon im Vorwege an der deutsch-polnischen Grenze gab. Also Provokation der Polen gegenüber den Deutschen. Und das rechtfertigt natürlich dann seine Aussage, dass zurückgeschossen wird. Im normalen Geschichtsunterricht, Geschichtsfernsehen, ich denke jetzt gerade an die tollen, in Anführungsstrichen tollen ZDF-Beiträge. Da gibt es ja die Geschichte um so eine Fernsehstation, die offiziell ja so geht. Es war ein deutscher Fernsehsender oder Radiosender, ich glaube eher ein Radiosender, auf polnischem Boden, wo ein deutsches Spezialkommando, wenn ich die Geschichte richtig zusammenkriege, ist über die polnische Grenze. Hat dann verkleidet in polnischen Uniform diesen Radiostationen überfallen oder besetzt. Und das wäre so Hitlers Marionettenschmierentheater gewesen, Inszenierung, um dann zu rechtfertigen. Die haben ja zuerst uns angegriffen. Was ist das für eine komische Geschichte? Wie ist die einzuordnen? Wo du ja auch sagst, es gab tatsächlich Scharmütze schon und Provokation. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, der Überfall auf den Gleiwitzer Sender, der ist wahrscheinlich, so wie das die deutsche Geschichtsschreibung wohl auch hervorbringt, der ist, das ist wahrscheinlich ein Fake gewesen. Und zwar sind das tatsächlich deutsche Soldaten gewesen, die das gemacht haben mit polnischen Gefangenen, die sie in polnische Uniformen gesteckt haben und nachher auch umgebracht haben. Und eben halt die über diesen Sender Gleiwitz dann in polnischer Sprache, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Drohungen haben verlauten lassen. Also da ist es tatsächlich schon so, dass das wirklich ein Schmierentheater irgendwie war. Das war wohl tatsächlich ein Schmierentheater, aber das war nicht unbedingt jetzt Auslöser sozusagen des Einmarsches nach Polen. Das war tatsächlich die ständige Ablehnung, was den polnischen Korridor angeht und die Verfolgung der Deutschen. Und interessant oder wichtig ist, parallel zu diesem inszenierten Schmierentheater dann mit der Radiostation gab es aber auch echte kleine Scharmütze. Die gab es, ja, richtig. Das wird ja immer total irgendwie verschwiegen. Weißt du da mehr drüber, wo es die gab und wie man sich die vorstellen kann, in welcher Größenordnung? Wann sind es einzelne Soldaten, die da mal irgendwie, wo sich ein Schuss an der Grenze gelöst haben? Da habe ich einiges drüber gelesen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wo das jetzt im Einzelnen war und wann das war. Das kommt auch nicht aufs Detail an. Nee, aber das, also da existiert eine ganze Menge Informationen drüber. Also wer sich da schlau machen will, der findet. Ja, okay, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also das sind irgendwie auch zugängliche Informationen, weil das finde ich ja schon sehr interessant. So, und jetzt kommt es zu der Rede, diese Ansprache, wie gesagt, es wird zurückgeschossen. Deutschland marschiert dann ein. Wir spekulieren mal, es könnte sich auch um einen Präventivschlag gehandelt haben. Offizielles Geschichtsbild ist anders. Okay, was machen die Deutschen jetzt in Polen? Ich meine zu wissen, mich zu erinnern, sie marschieren wirklich in einer Zangenbewegung und ich glaube sogar aus Ostpreußen Truppen, also die Polen sind schon geografisch eigentlich von Anfang an eingekesselt fast schon. Die Deutschen marschieren da sehr effektiv ein, also es ist der erste Blitzkrieg. Aber wie verhalten sich die Deutschen dabei? Also kommt es zu den schlimmen Kriegsverbrechen oder was? Wie können wir uns den Polen-Feldzug so vorstellen? Naja, also von Kriegsverbrechen ist mir eigentlich nichts bekannt. Da die polnische Armee ja relativ schlecht ausgerüstet war, wissen wir ja, dass im Grunde der Krieg sehr schnell beendet war. Also in rund drei Wochen haben die Polen im Grunde ihre Waffen gestreckt. Die Deutschen sind weiter vorgedrungen oder konnten weiter vordringen, als es eigentlich mit den Russen abgemacht wurde. Die Russen sind am 17. September dann von der anderen Seite einmarschiert, sodass die deutschen Truppen dann wieder ein Stück zurückweichen mussten. Vor den Russen? Vor den Russen, aber friedlich. Friedlich, sie haben einfach gesagt, wir sind zu weit vorgeprescht. Wir sind zu weit vorgeprescht, ihr müsst wieder ein Stück zurück. Also hier ist die Cousin-Linie, hier haben wir abgemacht, hier treffen wir uns. Das Interessante ist, der Angriff der Deutschen kam für die Polen sicherlich nicht völlig überraschend. Aufgrund des diplomatischen Vorgeplänkelts. Es gab ja einen Schweelbrand praktisch. Wie ist das mit dem Angriff der Sowjetunion? War das für die Polen eine Überraschung? Das war für die Polen sicherlich eine Überraschung, denn ich sagte ja im Vorwege, Geheimdienste wussten von dieser Abmachung. Selbst Roosevelt wusste von dieser Abmachung, hat Warschau nicht informiert. Für die Polen war es eine Überraschung. Stalin ist 17 Tage oder 15 Tage später einmarschiert aus dem Grunde, er wollte nicht der Beginner des Zweiten Weltkriegs sein. Ich glaube, das müssen wir auch echt nochmal für die Zuschauer wirklich hier nochmal festhalten. Weil das ist wirklich so ein zentrales Element. Also es gibt zwischen Deutschland und Polen dieses Vorgeplänkel, diesen Konflikt. Deutschland will eher die friedliche Lösung. Polen verhält sich wundersamerweise, überraschenderweise sehr feindselig, sehr, sehr stur. Mit Rückendeckung der Engländer? Das ist es eben, weil sie diese Rückendeckung haben. Die Garantieerklärung? Die Garantieerklärung. Ich glaube, dass England Polen beistehen würde, es zu verteidigen. Das sagt die Garantieerklärung, aber in Wirklichkeit ist ja nichts geschehen. Ja, also die Polen wurden dort eigentlich von den Engländern getäuscht. Und jetzt ist es aber so, im Hintergrund haben auch die Deutschen ein Abkommen gemacht, nämlich mit der Sowjetunion und gesagt, im Falle, wenn das hier irgendwann explodiert, das Pulverfass, dann teilen wir uns Polen auf. Der entscheidende Punkt ist, der amerikanische Geheimdienst weiß das. Der amerikanische Geheimdienst weiß das, er sagt es aber nicht den Polen. Er enthält den Polen diese Information vor, sodass Polen nicht weiß, dass es eigentlich zwischen Deutschland und der Sowjetunion eingekreist ist. Polen denkt, es würde gegebenenfalls ein Krieg gegen Deutschland führen, malt sich, warum auch immer, Siegeschancen aus und rechnet nicht damit, dass die Sowjetunion Polen in den Rücken fallen würde. Und das geschieht jetzt. Ja. Und das ist ja sehr interessant, weil die Frage, die sich daraus ergibt, hätte Polen diese Informationen gehabt und gewusst, dass es eigentlich in der Mausefalle ist, hätte Polen sich dann so undiplomatisch verhalten? Hätte Polen eine Mobilmachung angeordnet, hätte es zu Übergriffen auf deutsche Bevölkerung kommen können, etc., etc. Oder hätten die Polen aus begründeter Vorsicht oder Angst sagen müssen, okay, wir sind in einer so gefährlichen Situation, wir halten mal den Ball ganz flach, arrangieren uns mit den Deutschen und hoffen mal, dass wir nicht angegriffen werden. Also das finde ich so interessant, weil in diesem Komplott, so will ich es mal nennen, ist Polen eigentlich das Bauernopfer. So kann man es nennen. Polen ist das Bauernopfer. Das verstehen die Polen zu dem Zeitpunkt selber nicht. Oder vielleicht gab es ja auch intellektuelle polnische Kreise, die das wussten. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder polnische Mensch das alles wollte, was die Politik macht. Aber die polnische Führung, die versteht das nicht. Die sind das Bauernopfer. Und meine Frage ist jetzt, wessen Bauernopfer sind sie? Wer profitiert dann letztlich davon, dass Polen geopfert wird? Ist das Roosevelt? Weil die Amerikaner haben diese Information nicht weitergegeben. Oder wer wusste das noch? Wussten die Briten das von den Amerikanern? Gut, die Amerikaner haben sich ja eigentlich bis 1940 aus dem Krieg sozusagen rausgehalten. Es fing ja eigentlich an, dass die Amerikaner den Engländern im Kriegsverlauf, ich glaube im September 1940 war das, 50 Kreuzer geliefert haben. Also die Seemacht, England Seemacht gestärkt haben und ab 1941, aber April 1941 dann begonnen haben, auch im Atlantik die englischen Konvois zu begleiten. Das heißt also, England hat eigentlich, Amerika hat eigentlich damit gerechnet, dass England einen Krieg beginnt. England war ja im Grunde auch eine Wirtschaftsmacht oder war ja sehr mächtig. Und man nimmt an oder man kann vielleicht die These vertreten, dass die Amerikaner, die Engländer extra in den Krieg geführt haben, um im Grunde eigentlich England wirtschaftlich zu schaden. Das ist ja auch eigentlich so gekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war England oder ist England ja auch keine Weltmacht mehr gewesen. Und Churchill sagte ja selbst, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ich glaube wir haben das falsche Schwein geschlachtet. Ich finde es ja auch interessant, weil ich ähnliche Gedanken schon hatte bei meinen historischen Analysen. Natürlich sind die Amerikaner immer die eng verbündeten der Briten. Aber interessanterweise sind die Amerikaner immer die, die auf Kosten der Briten profitieren. Ich glaube vor dem Ersten Weltkrieg war es so, dass die britische Flotte die größte der Welt war. Und dann gab es direkt nach dem Ersten Weltkrieg so ein Flottenabkommen, welcher Staat darf wie viele Schiffe haben. Und seit, ich weiß jetzt nicht genau wann und wie das Abkommen heißt, aber ich weiß, das gab es. Und ab dem Zeitpunkt durften die Amerikaner als einzige Nation genauso viele Schiffe haben wie die Briten. Mit dem Unterschied, sie hatten noch nicht so viele. Das heißt, sie mussten die erst nachbauen, hatten dann also eine gleich große, aber modernere Flotte. Also haben sie eigentlich schon damit auf dieser Seemachtsebene jetzt schon die stärkere Flotte als die Briten. Sind dann im Zweiten Weltkrieg die engen Alliierten, pipapo, das kennen wir alles. Nur komischerweise, nach dem Zweiten Weltkrieg, das British Empire bricht zusammen und die Amerikaner beerben sie eigentlich. Ja, genau so sieht es aus. Das war wohl auch das große Interesse der Amerikaner. Insofern kann man auch davon ausgehen, dass es gab, also diese ganzen Allianzen rund um den Zweiten Weltkrieg, die sind unheimlich zwielichtig. Also die Amerikaner sind Alliierte der Briten, wollen die aber eigentlich beerben. Sind also nicht wirklich deren Freunde. Die Briten sind Alliierte der Polen, stehen denen dann aber, wenn es darauf ankommt, auch nicht so richtig zur Seite. Opfern die eigentlich als Bauern, also die Polen sind das Bauernopfer der Briten, die Briten das Bauernopfer der Amerikaner. Die Deutschen machen einen Pakt mit Hitler, mit der Sowjetunion, greifen sich dann aber auch gegenseitig an. Das ist ja eigentlich echt ein Haifischbecken, ein Raubtierbecken, wenn man so will. Naja, eigentlich war Hitler ja Gegner des Bolschewismus. Das hat er ja auch in meinem Kampf ausführlich dargelegt. Mit dem Bund der Sowjetunion hat Hitler eigentlich folgendes Ziel verfolgt. Er dachte, wenn er sich mit Russland verbindet, dann wird England und Frankreich nicht zu einem militärischen Schlag sich trauen, wenn er in Polen einmarschiert. Als Abschreckung. Stalin natürlich dachte anders. Stalin hat gedacht, wenn er den Bund mit Hitler eingeht, dann wird Hitler natürlich Polen angreifen, was auch passiert ist. Und dann wird England und Frankreich in den Krieg eingreifen. Und wenn diese Blöcke sich im Krieg ausgeblutet haben, also auf der einen Seite Deutschland, auf der anderen Seite Frankreich, England, vielleicht noch Verbündete Holland und so weiter, auch Belgien vielleicht noch dabei. Wenn die sich ausgeblutet haben, dann wäre sein großes Ziel gewesen, nach Westen zu marschieren. Das ist ja auch interessant. Da kommen wir eigentlich jetzt echt zum nächsten Themenkomplex. Wir haben jetzt über Polen vor allem geredet, weil das so das war, wo sich das Fass entzündet hat. Wir haben ein bisschen über die Briten und Amerikaner gesprochen und die Franzosen. Wir haben die Sowjetunion ausgeklammert und die Person Josef Stalin. Und das ist tatsächlich echt, ist ja super spannend, was du sagst. Hitler, also das Deutsche Reich und die Sowjetunion machen dieses Abkommen. Hitler hat im Hinterkopf, wenn ich dieses Abkommen treffe, würde im Falle eines Krieges mit Polen, würden Frankreich und England wahrscheinlich nicht eingreifen. Das heißt, der Krieg bleibt auf Polen beschränkt. Das heißt, das sorgt dafür, dass es ein lokaler Konflikt ist. Stalin hat eher den Hintergedanken, wenn wir dieses Abkommen treffen, dann explodiert das da richtig und die bekriegen sich alle gegenseitig. Und wenn sie am Boden liegen, dann habe ich die Chance, den gesamten Westen zu gewollten. Und das Interessante ist, diese Theorie, nenne ich sie mal, dieser Gedanke, der wird ja so in der Mainstream-offiziellen BRD-Geschichtsschreibung richtig als eine Art, fast schon wie Nazi-Propaganda oder Geschichtsverfälschung dargestellt, dass die Sowjetunion eigentlich Europa erobern wollte. Und ich finde es aber so interessant, weil das durch so viele Fakten belegt ist. Also die Aufmarschpläne der Russen etc. etc. Da gibt es ja verschiedene Historiker, unter anderem auch russische Historiker, die das wirklich detailliert belegt haben. Oder uns ein Material, ein Forschungsmaterial zur Verfügung stellen, was diesen Schluss, dass Stalin das geplant hat, eigentlich, wie soll man das sagen, der ist nicht von der Hand zu weisen. Das nicht verstehen zu wollen ist abstrus. Und dann finde ich auch noch interessant, man sagt ja immer, der Zweite Weltkrieg begann jetzt mit dem Polenfeldzug, aber eigentlich begann noch dieser große europäische Krieg mit dem finnischen Winterkrieg. Die Sowjetunion ist vorher in Finnland schon eingefallen. Richtig, die Sowjetunion ist vorher in Finnland eingefallen, um sich die Ausgangslage natürlich zu verbessern. Wir wissen ja, dass der russische Außenminister Vyacheslav Molotov ja auch zu Verhandlungen im November 1940 nach Berlin kam, hat ganz viel Land gefordert. Die Meerengen um die dänische Ostsee. Die baltischen Staaten hatte er sicher schon vorher sozusagen angeeignet, um eben halt schön präsent zu sein an der gesamten Ostsee. Dann hat er gefordert Rumänien, Bulgarien und die Dardanellen. Das heißt also, auf der gesamten Länge hätte er eigentlich eine gesamte Front zu Deutschland und seinen übrigen Ländern aufbauen können. Finnland ist aus dem Grunde auch sehr interessant gewesen, weil dort umfangreiche Nickelgruben sind in Petsamo. Und diesen Nickel braucht man eben halt für die Rüstungswirtschaft, um hochwertige Legierungen herzustellen. Interessant. Das heißt, sie haben vor dem Zweiten Weltkrieg Finnland überfallen und du sagst jetzt, da sind Rohstoffe, die kriegsrelevant sind. Ja, richtig. Und natürlich auch ein erheblicher Zugang zur Ostsee. Das hat in vielerlei Hinsicht. Das heißt, es ist ein Territorium, wenn man sich das so vorstellt, auf so einer strategischen Karte, wenn man diesen Punkt besetzt, dann hat man schon mal eine gute Ausgangslage für einen größeren Krieg. Ein bisschen so ähnlich, wie das die Amerikaner mit Afghanistan gemacht haben, wo man ja auch sagt, um in Zentralasien eine gute Position zu haben, wäre es sinnvoll, Afghanistan zu besetzen. Und wer auch immer da sitzt, hat eine gute Ausgangslage. Und so ähnlich ist das jetzt mit Finnland, aus Sicht der Sowjetunion bezogen auf diesen baltischen Raum. Ja. Das ist schon mal sehr interessant. Dasselbe auch in Rumänien. Denn Rumänien war sozusagen ja auch Verbündeter Deutschlands. Und aus Rumänien kam eine große Menge Erdöl. Das waren die Erdölfelder von Plöschdi, wo im Grunde das Deutsche Reich sein Erdöl über die Donau sozusagen bezog. Und das war natürlich sehr gefährlich, wenn dieses Gebiet dann auch in russische Hände fallen sollte. Dann wäre die Erdölbelieferung sozusagen aus dem Gebiet weggefallen. Sonst hatten wir ja großartig kein Erdöl gehabt. Ja, es ist eine faszinierende, wirklich faszinierende Gemengelage. Vor allem, du hattest jetzt gesagt, der Molotov, der Außenminister der Sowjets reiste nach Berlin und hat diese Forderung gestellt. Wann war das? Das war schon nach 1939. Das war im November 40. Im November 40. Da ist ja dann der Zweite Weltkrieg. Ja, es ist noch kein Weltkrieg, glaube ich. Es ist Amerikas noch nicht im Krieg. Aber es ist schon ein europäischer Konflikt zu diesem Zeitpunkt. Der ist in vollem Gange. Ich finde es ja auch interessant. Also jetzt muss man sich auch vorstellen, dieser Außenminister der Sowjetunion, der noch damals mit Deutschland gutgestellt ist, ich weiß nicht, also Bündnispartner könnte man ja sagen. Bis zum November 40, ja. Danach kühlte sich das Verhältnis extrem ab. Aber zu dem Zeitpunkt noch Bündnispartner, der kommt jetzt und stellt all diese Gebietsforderungen. Die stellt er ja nicht an Deutschland. Deutschland hat diese Gebiete noch nicht besetzt. Aber so Deutschland erfährt jetzt davon, okay, die Sowjets, die wollen das alles haben. Ja, zum Aufbau einer westlichen Sicherheitsgrenze, wie er sich ausgedrückt hat. Das wäre ja auch ein Moment, wenn ich jetzt das Deutsche Reich wäre. Also nicht Adolf Hitler, aber einfach ich wäre an der Spitze des Deutschen Reiches. Mal losgelöst davon, welche Ideologie das da jetzt politisch herrscht. In dem Moment würde ich Angst bekommen. Ich befinde mich in einem Krieg. Ich habe gerade Polen besetzt. Ich befinde mich in einem Krieg mit Frankreich und England. Zwei ja auch starken Staaten. Man weiß nicht, wie das weitergeht. Und mein Verbündeter, der aber eigentlich ja ideologischen Gegner ist, das ist ja so das nicht ausgesprochene Geheimnis zwischen Nazi, Deutschland und Sowjetunion, der stellt solche Forderungen. Da muss ich mich mehr auch fragen, okay, was wollen die denn danach? Was kommt dann weiter? Also das kann ich nachvollziehen, dass die deutsche Führung in dem Moment, spätestens in dem Moment, in Bezug auf die Sowjetunion kalte Füße kriegt. Naja, das ist ja ganz klar. Ab diesem Moment oder vielleicht auch schon vorher hat natürlich Adolf Hitler sich Fragen gestellt, ob Russland überhaupt der richtige Bündnispartner ist und hat vielleicht schon den Angriff gewittert, der vielleicht auch im Sommer 1941 oder vielleicht auch etwas später erfolgen sollte. Es ist ja oder der deutschen Regierung war es ja durch den Geheimdienst eigentlich auch bekannt, dass Stalin mittlerweile eine moderne Angriffsarmee aufgebaut hat. Er hat ja nach der Taktik von Michael Tuchaczewski sozusagen die Armee aufgebaut. Es sollte eine moderne Armee sein, die mit modernen Panzern, mit modernen Flugzeugen möglichst schnell in feindliches Land vorstößt unter rigoroser Vernichtung rechts und links. Und das hat er am 5. Mai 1941 ja auch in einer Rede vor der Frunze Akademie, also vor einer militärischen Akademie, hat er ja auch kundgetan, unsere Armee ist keine Verteidigungsarmee mehr, sondern eine reine Angriffsarmee. Und zu dieser Zeit bestand ja auch das Militärbudget Russland schon aus 43%. Und im Grunde hat er auch versucht westliche Technologie einzukaufen. Das weiß man ja auch, dass er im Grunde versucht hat, möglichst viel Geld zusammenzubringen, indem er von seiner Bevölkerung das gesamte Getreide eingesammelt hat, von den Bauern das gesamte Getreide eingesammelt hat, um eben halt westliche Technologie im Ausland einzukaufen. Dabei sind ja eine Menge seiner Landsleute verhungert. In der Ukraine sollen glaube ich 5 Millionen Menschen verhungert sein. Wobei mit der Aussage seiner Landsleute müssen wir vorsichtig sein, weil wie gesagt, Stalin war kein Russe. Und Opfer waren auch nicht Russen, es waren die Ukrainer, die man hat verhungern lassen. Also bei dieser Hungersnot zumindest. Mehrheitlich ja, aber auch Russen. Er hat ja im ganzen Land eben halt die Getreidevorräder zusammengeklaut. Nur die Ukraine galt so als die Kornkammer. Ja, natürlich. Deshalb da war am meisten zu holen, deshalb größtenteils spielte sich das dort ab. Ich finde es insofern interessant, dass die Sowjetunion so aufgerüstet hat. Die haben jetzt wirklich, ich glaube sie hatten die größte und schlagkräftigste Landstreitkraft eigentlich aufgestellt. Ja, wahrscheinlich auch die die Menschheit bis dato gesehen hat. Also die Rote Armee zu diesem Zeitpunkt war unglaublich riesig und stark. Und was so im Normal-Mainstream-Geschichtsbild ja vermittelt wird, ist, dass Hitler dann die Sowjetunion 1941 überfällt. Und dass ein, dass es eine Art Agrarland ist, welches schlecht auf einen Krieg vorbereitet ist, was eine Armee hat. Ja, vielleicht so auf dem Stand wie im Ersten Weltkrieg so ungefähr. Ja, auch mit ein paar schlechten Panzern. Und diese hochmoderne, hochgerüstete, effektive Maschinerie, Wehrmacht prescht darüber hinweg. Und genau das ist falsch. Es ist ja tatsächlich so, dass die Rote Armee riesig ist. Sie ist hochmodern. Sie hat exzellente Panzer. Also die Panzerwaffe der Sowjets ist stark. Sie ist auf Angriff aufgebaut. Und tatsächlich ist es ja so, dass eher die Wehrmacht noch gar nicht in dem Ausmaße, soweit ich weiß, motorisiert war, wie das so immer so vermittelt wird. Wir hatten zwar eine enorme starke Verbände, aber auch ganz, ganz weite Teile der Wehrmachtseinheiten sind mit Pferdespannwerken da irgendwie nachgerückt. Also das war jetzt nicht so, dass die Deutschen diese super Hightech-Armee hatten, sondern sie hatten eher eine sehr intelligente Armee. So würde ich das, glaube ich, sehen. Das ist eine gut funktionierende Maschinerie. Eine gut funktionierende Maschinerie. Wir müssen aber auch sehen, du sagtest ja schon, die russische Armee war ziemlich groß. Man spricht von sechs Millionen russischer Soldaten. Ich glaube 41.000 oder 43.000 Panzer. Sag die Zahl bitte nochmal. Ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube 43.000 Panzer, sowas in dem Dreh. Und ich glaube, die Angriffsarmee der Deutschen ist mit roundabout 1.000 oder 1.500 Panzern einmarschiert. Aber nicht mehr. Nein, nein, nicht mehr. Oder die sowjetischen Panzer, vor allen Dingen der T-34 und andere sind ja im Grunde auch mit Hilfe amerikanischer Konstruktionspläne entstanden. Also die Amerikaner haben ja im Krieg über Murmansk nicht nur die sowjetische Armee beliefert mit ihren Panzern, vor allem die Sherman-Panzer und Flugzeugen, unzählige LKWs, auch Handfeuerwaffen, Geschütze, sondern eben halt auch mit technischem Know-how. Also hier würde ich gerne nochmal einhaken, das finde ich so interessant, weil wir alle kennen ja auch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, der russische, der T-34-Panzer ist sehr berühmt oder das, so wie bei den Deutschen dann vielleicht irgendwie der Panther oder so oder der Tiger, solche Panzer. Ja, und das gängige Bild, wenn wir jetzt an den sowjetischen Panzer denken, ist der T-34. Das ist in vielerlei Hinsicht auch richtig, aber du sagst, das ist der Sherman-Panzer, das ist ein amerikanischer Panzer. Das heißt, da haben Sowjets in amerikanischen Panzern an Schlachten teilgenommen, die sie geliefert bekommen. Die haben sie von den Amerikanern geliefert bekommen. Richtig, da kann man sich auch fragen, warum und wann, also ich meine, Deutschland hat glaube ich keine amerikanischen Panzer einfach mal irgendwie geschenkt bekommen. Nein, aber da ging es glaube ich auch um wirtschaftliche Interessen, genau wie eben halt wirtschaftliche Interessen bei der Belieferung der Engländer vorhanden waren. Also wo die Amerikaner Geld machen konnten, vielleicht ist das heute noch genauso, da ist ihnen egal, an wen sie die Waffen liefern. Naja, ich meine, das ist ja der Klassiker, jetzt mal ein ganz kurzer Exkurs. Wir wissen, der frühe Vietcong ist von Amerikanern ausgerüstet worden, die Mujahedin in Afghanistan, wo dann Strukturen entstehen. Und ich meine jetzt ausgerechnet im Kalten Krieg, ihr Gegenspieler, die Sowjetunion, hat vorher nicht nur amerikanische Panzer bekommen, sondern Konstruktionspläne, um dann eigene Panzer zu bauen, das ist schon beachtlich, was da so geschehen ist. Kann man, gibt einem zu denken, finde ich. Naja, und man muss ja auch sehen, Russland hat ja auch eine immense Rüstungsproduktion. Das war ja eigentlich auch der Grund, warum Adolf Hitler entgegen seiner Generäle nicht strikt nach Moskau einmarschieren wollte, sondern er hat ja mehr oder minder, er hat ja die Flanken bedient. Er wollte ja zunächst mal Leningrad erobern, da war ja eine große Rüstungsindustrie vorhanden, eben halt auch die Nordflanke sichern, Zugang zur Ostsee haben, eben halt um den Nachschub auch über die Ostsee zu gewährleisten. Und im Süden war das Donetsbecken, militärisches Rüstungsgebiet. Dann eben halt die Ukraine, wie du schon sagtest, ruhstoffreich, viel Nahrungsmittel eben halt auch dort. Und eben halt dann die Ölfelder des Kaukasus, Maikop. Das waren so seine vornehmlichen Ziele. Ja, was ich noch so interessant finde, du hattest schon diese Zahl in den Raum gestellt. Die Rote Armee verfügt an die über 40.000 Panzer, denen stehen so an die 1.000 oder etwas mehr deutsche Panzer gegenüber. Und jetzt kommt es zu diesem deutschen Überfall auf die Sowjetunion, so wird das ja genannt, das Unternehmen Barbarossa. Und obwohl die Deutschen zahlenmäßig und materiell so haushoch unterlegen sind, also das muss man auch nochmal betonen, die haushoch unterlegene Wehrmacht greift dort an, verzeichnet die Deutschen enorme Erfolge. Und das wird dann oft als Argument benutzt, naja, da sieht man doch, wie schlecht die Russen, die Sowjets vorbereitet waren, sonst wären die Deutschen sie ja nicht so überrollt. Und ich habe ein interessantes Buch gelesen von einem russischen Historiker Viktor Suvorov, der eigentlich sagt, wie gesagt, das ist ein russischer Historiker, der dort die Quellen studiert. Der Erfolg der Deutschen, also der eigentlich unterlegenen Armee über die eigentlich überlegene, bis zu einem gewissen Zeitpunkt gab es ja diesen Erfolg, der ist dadurch zu erklären, die Russen sind auf Angriff aufgestellt. Und die Deutschen führen einen Präventivschlag aus, der unglaublich gut koordiniert ist und durchgeführt wird mit deutscher Präzision und überrollen die Russen, die jetzt gar nicht mehr auf Verteidigung aufgestellt sind. Ja, man kann sich das vielleicht, naja, wenn man sich zwei Boxer vorstellt, stattdessen wir vor zwei Boxen und einer lässt die Deckung fallen, weil er einen Schlag ausführen will und der andere ist schneller. Die Deckung ist weg, dann bist du verletzlich. So und im Prinzip ist es da auch passiert. Die Sowjetunion stellt sich so auf, weil sie angreifen will, aber der Gegenschlag kommt schneller und dadurch werden sie überrannt. Ja, aber nur zu einem gewissen Punkt. Irgendwann macht sich dann doch die Weite des Landes und die materielle Überlegenheit dann doch bemerkbar. Aber das sind so Sachen, die finde ich ganz wesentlich, dass man sich das immer so vergegenwärtigt, weil ich so dieses unehrliche Geschichtsbild, was oft so vermittelt wird, da muss man mit aufgeräumt werden. Das ist ganz gut, dass du den Historiker Viktor Suvorov genannt hast. Er ist allerdings auch ein Pseudonym. Das ist ein Mann, der im sowjetischen Geheimdienst gearbeitet hat und Zugänge hat zu allen Archiven Russlands. Und ich möchte mal zwei Bücher nennen. Das eine heißt Der Tag M von Mobilisierung und das andere Buch heißt Hitler und Stalinskalkül. Also Zuschauer, die sich über dieses Thema wirklich umfassend informieren möchten, denen sei diese Bücher, diese beiden Bücher wirklich nahegelegt. Ja, weil da geht es wirklich um diese Geschichte und halt eben nicht, das hat jetzt nicht ein Deutscher geschrieben oder ein Sowjet-Hasser oder so, sondern das hat ein russischer Historiker, ein ehemaliger Geheimdienstmann geschrieben. Und das ist wirklich interessant, weil der wirklich auch so Sachen bringt. Berichte, Augenzeugenberichten von Militärangehörigen der Roten Armee, die zum Beispiel sagen, jetzt ist es ja so, wenn du in so einer Armee dienst und du bist da irgendwie, ich weiß nicht, Unteroffizier oder irgendwas, du kriegst ja nicht alle, du hast ja nicht Einblick in alle militärischen Geheimnisse und Pläne, sondern du wirst irgendwo hin verfrachtet und dir wird auch nicht gesagt, warum. Das heißt, diese meisten Rotarmisten, die dann da irgendwo positioniert waren in Angriffsstellung, denen war nicht klar, sie stehen da in Angriffsstellung. Vielleicht dämmerte es ihnen dann irgendwie, aber denen wurde gesagt, ihr seid hier positioniert und eher vielleicht zur Abwehr oder warum auch immer. Und da gab es Berichte, dass dann einige gesagt haben, ja, Panzerfahrer, russische, wir hatten ganz viel Kartenmaterial. Das ist zu dieser Zeit, es gibt kein GPS, es ist klar, man hat viele Karten, Kriege werden mit Karten geführt. Du kannst ohne Landkarten, kannst du gar nichts machen in einem modernen Krieg. Und dann gibt es halt diese Berichte, dass die verwundert waren, sie hatten Karten von Deutschland und Frankreich. Sie hatten kein Kartenmaterial der Sowjetunion oder vielleicht jetzt Polens, wo sie stationiert waren, was sie gebraucht hätten, um diese Ländereien zu verteidigen, sondern sie hatten Kartenmaterial unter anderem da in ihren Händen ausgehändigt bekommen, sich gewundert haben, warum ist denn der Paris drauf oder so. Da kann man sich fragen, warum hatten sie so ein Material bekommen von ihrer Versorgung. Solche Geschichten, das liest du in keinem deutschen Geschichtsbuch, aber da hat er Augenzeugenberichte ausgewertet. Ja, es gibt ja unwahrscheinlich viele Hinweise, gerade in diesen Büchern von Viktor Suvorev. Auch die Flugplätze, die jetzt an der gemeinsamen Grenze zu Deutschland aufgebaut wurden, 250 waren es rund, mit starken Kampf- und Jachtbomben ausgerüstet. Warum macht man sowas? 93 Prozent aller russischen Panzer waren an dieser Grenze aufgestellt. Warum macht man sowas? 93 Prozent der an die 40.000. Ja. Also da steht eigentlich die größte Panzerarmee, die es bis dato jemals gab. Die steht da halt und die steht, das muss man jetzt ja wieder aus deutscher oder Hitlers Sicht sehen, die steht an seiner Ostgrenze. An seiner Ostgrenze steht die größte und schlagkräftigste Panzerwaffe aller Zeiten und im Westen muss er Krieg führen gegen England und Frankreich und Norwegen und solche ganzen Feldzüge. Da würde ich als deutsche Führung echt schlaflose Nächte bekommen. Ich würde denken, was droht mir dort. Was droht mir dort. Deswegen hat er auch eben halt diesen Präventivschlag geplant. Vielleicht wären wir heute alle russisch, wenn das so nicht gewesen wäre. Das ist ja auch, wir haben jetzt bisher nur über Außenpolitik, über Rüstung und sowas gesprochen. Jetzt muss man diesen ideologischen Aspekt anschauen. Die Sowjetunion war bolschewistisch und im Speziellen hatten sie ja den Stalinismus. Das heißt nochmal eine Sonderform eigentlich dieser Ideologie, die schon aus dem von Lenins Punkten in einigen Bereichen so ein bisschen abweicht. Es gab ja noch Trotzki, so unterschiedliche Richtungen. Es hat sich jetzt der Stalinismus rausgebildet. Und eigentlich war es ja so, dass die Kommunisten und Bolschewisten, die wollten die Weltrevolution. Und das heißt, das war ein expansives Programm. Stalin ist dann, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, in seiner Richtung hat er gesagt, der Sozialismus oder Kommunismus soll jetzt in einem Land aus, also nicht mehr in der Weltrevolution, sondern wir bauen das jetzt erstmal hier in der Sowjetunion auf. Das ist aber die Frage, war das außenpolitisches Kalkül, um vielleicht jetzt auch die Angst anderer Staaten zu mindern? Naja, was machen denn jetzt diese Kommunisten, wenn die an der Macht sind? Überrennen die uns bald alle? Es deutet zumindest darauf hin, dass das eigentlich jetzt gewollt war, dass der Kommunismus von der Sowjetunion ausgeht. Es gibt ja auch diese Geschichte, also ich habe es vielleicht ein bisschen verworren erklärt, Entschuldigung, aber es gibt ja diese Geschichte, es gab ja neben Hitler, bevor er in der Macht war, auch eine starke kommunistische Kraft in der Weimarer Republik. Und man könnte jetzt denken, ein Stalin hätte sich gefreut, wenn die Kommunisten in Deutschland die Macht übernommen hätten, im Sinne von Kommunismus breitet sich überall aus. Und dem scheint aber nicht so gewesen zu sein, sondern das wäre jetzt auch nicht in seinem Interesse gewesen, denn wenn jetzt Deutschland kommunistisch geworden wäre, dann wäre aufgrund der wirtschaftlichen und zivilisatorischen Stärke Deutschlands davon auszugehen gewesen, dass das ein Opponent zur Sowjetunion auch hätte sein können. Die hätten sich ja nicht dann in dem Moment einfach freiwillig Moskau angeschlossen, sondern da gibt es zwei kommunistische Staaten. Und ich habe schon mal Überlegungen, ich glaube, das war sogar so, worauf der das geschrieben hat, dass Stalin eigentlich auch schon im Vorwege wollte, dass Hitler in die Macht kommt. Er hatte kein Interesse daran, dass jetzt die Kommunisten in Deutschland die Macht übernehmen, weil er wollte, dass diese Eroberung der Welt durch den Kommunismus von Moskau ausgeht. Das sind sehr spekulative Gedanken. Da stecken noch Fakten und Analysen hinter. Ich fasse das jetzt zusammen, so gut ich das kann, halte das aber für gut denkbar oder für plausibel oder zumindest für wert, mal darüber nachzudenken, wie im Machtkalkül eigentlich wer gedacht hat. Weil ich meine, Stalin war ja auch so ein skrupelloser Typ, der Konkurrenten in den eigenen Reihen on mass ausgeschaltet hat. Da reden wir auch von sechs Millionen. Da reden wir auch von sechs Millionen, wenn nicht mehr. Und auch frühe Weggefährten. Es gibt so ein sehr interessantes Buch, das habe ich mal gelesen von einem französischen Autor, Sebastian, irgendwas mit M, ich kriege den Namen nicht zusammen. Ich werde es aber unten verlinken in der Videobeschreibung. Der junge Stalin heißt aber das Buch und das hatte ich gelesen. Da geht es einfach nur um das Leben Josef Stalins bis zum Ausbruch der russischen Revolution. seine ganzen Jahre und da war er eigentlich oft eine Art Banditenhauptmann, wir würden heute vielleicht so sagen, so eine Art Warlord im Kaukasus. Er war auch an einem berühmten Postkutschenraub beteiligt. Also es war schon eine spannende Biografie. Es war schon ein richtiger Haudegen, aber interessant war halt daran, er hat dann auf seinem Weg zur Macht unheimlich viele alte Weggefährten und Leute, mit denen er eigentlich echt, man müsste sagen, alte Genossen oder Kameraden, die hat er dann ohne Skrupel vernichtet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Typ auch ein kommunistisches, unabhängiges Deutschland gewollt oder geduldet hätte. In seinem Kalkül, glaube ich, es war Moskau die Hauptzentrale. Also dann der Weltreview des Siegeszuges des Marxismus. Und ja, es gibt noch einen Staat, über den haben wir gar nicht gesprochen. Ich muss auch zu meiner Schande gestehen, da weiß ich gar nicht so viel drüber. Ich weiß einiges natürlich, aber nicht jetzt wirklich, was die Ziele waren. Wie ist es mit Italien? Deutschland hatte ja diesen Alliierten, das faschistische Italien unter Benito Mussolini. Und soweit ich weiß, Italien hatte, glaube ich, Libyen besetzt. Albanien gehörte zu Italien. Italien hatte auch, glaube ich, Somalia und Eritrea in dieser Region. Ein Kolonialgebiet, die Briten in Ägypten angegriffen. Ja, was wollte Italien? Ich habe manchmal den Eindruck, weil bei Hitler, da kann ich in gewisser Weise, so wenn es jetzt um Polen und die deutschen Gebiete geht, da kann ich verstehen, es geht darum, die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges wieder irgendwie zu deutschen Gunsten zurückzudrehen. Bei Italien, frage ich mich, wollte der vielleicht wirklich so eine Art römisches Imperium neu gründen oder war der stark expansionistisch ausgedehnt? Was war eigentlich mit Italien los? Ja, das entzieht sich so eigentlich auch in meiner Kenntnis. Es gab ja eigentlich wenig Gründe, die Länder anzugreifen, in die tatsächlich Italien einmarschiert ist. Soweit ich weiß, hat Hitler ja bei den Treffen mit Mussolini diesen auch gar nicht eingewiesen in seine Planung. Und Mussolini war ja auch eigentlich immer mehr oder weniger überrascht über das, was Hitler gemacht hat. Und es gibt die These, dass Mussolini eigentlich dem Hitler gleichziehen wollte. Er wollte eigentlich auch irgendwas mal erobern. Aber er ist ja nachher auch nach Griechenland einmarschiert und so weiter und so fort. Aber es hat ja alles irgendwo nicht geklappt. Es hat ja alles nicht geklappt. Und wir mussten, oder die deutsche Wehrmacht musste ja im Grunde eigentlich immer die Kuhlen für ihn aus dem Feuer holen. Und der Afrika-Feldzug ist ja eigentlich auch nur wegen Italienern vonstatten gegangen. Jaja, das ist ja das Interessante. Also Italien, ja, wir können das ja nochmal ein bisschen zusammenfassen für die Zuschauer, die es vielleicht nicht so wissen. Also Italien hat die faschistische Führung unter Mussolini. Italien ist der enge Alliierte der Deutschen. Es ist auch ein treuer Verbündeter. Das muss man ja sagen. Anders als im Ersten Weltkrieg. Anders als im Ersten Weltkrieg. Es ist ein treuer Verbündeter, aber die sind jetzt nicht militärisch so koordiniert, dass man jetzt, wie das jetzt die NATO wäre oder später der Warschauer Pakt. Also als Deutschland da Krieg mit Polen führt und so, da ist Italien, da kommen jetzt keine italienischen Divisionen und helfen großartig, sondern die machen eigentlich so ihr eigenes Spiel. Und die fangen an, Feldzüge auch zu führen und die scheitern alle desaströs. Also die versuchen die Briten in Ägypten praktisch zu schlagen, die versuchen Griechenland einzunehmen und Griechenland hat keine starke Armee. Also es ist eigentlich verwunderlich, wie sie da scheitern, aber natürlich es hat eine schwierige Geografie, viel Berge, viel Inseln. Also es ist schon geografisch nicht einfach einzunehmen, aber man, und dann kommt es immer so, dass Deutschland dann denen zur Hilfe kommt und dann immer mehr Kriege verwickelt wird. Weil ihr enger Alliierte, der scheitert jetzt überall und es ist ja auch irgendwie so abstrus. Also ich glaube, um dann den Italienern in Griechenland zu helfen, schickt Deutschland eine Armee und auf dem Weg nach Griechenland erobern sie mal nebenbei Jugoslawien. Was eigentlich nie sonst Kriegsziel gewesen wäre, jetzt Jugoslawien auch noch einzunehmen oder solche Sachen. Und ich frage mich manchmal, ob Deutschland nicht ohne Italien besser beraten wäre gewesen wäre. Es gab ja Zeiten, da war sich Adolf Hitler über das Bündnis mit Italien nicht ganz sicher. Im September 1938 bei der Münchner Konferenz, wo es um die Angliederung des Sudetenlandes ging, hat Mussolini ja eine wichtige Rolle gespielt. Er hat bei den Vermittlungen mitgeholfen. Dadurch hat er sich natürlich bei Adolf Hitler in eine gewisse wichtige Position gebracht. Eine andere Sache war, Adolf Hitler hat Italien ja gefragt, wie es dazu steht, wenn Österreich wieder an Deutschland angegliedert wird. Und dem hat natürlich Mussolini zugestimmt und hat gesagt, dass er die Füße still hält. Und das war natürlich, das hat Adolf Hitler dem Mussolini eigentlich immer gedankt. Und das war eigentlich auch das Ausschlaggebende, warum er ihm in den desaströsen Kriegssituationen, wie du schon sagtest, in Afrika, beziehungsweise auch auf dem Balkan, dann geholfen hat. Zu unserem Nachteil, denn wir haben viel Zeit verloren. Der Schlag gegen die Sowjetunion hätte früher ausgeführt werden können. Und wir kennen ja die Situation dann im Winter 1941, die schlechten klimatischen Verhältnisse, dann dadurch eben halt der schlechte Nachschub, der mangelhafte Nachschub. Natürlich kommen auch strategische Wähler hinzu, die im Grunde nachher dazu geführt haben, dass eigentlich mehr oder minder der Vormarsch, so wie er stattgefunden hat, also noch im Sommer 1941, nicht mehr stattfinden konnte. Das ist schon interessant. Das ist natürlich, es ist alles sehr spekulativ, diese Was-wäre-wenn-Spiele, aber es ist schon so interessant, dass eigentlich das Bündnis mit Italien und die Hilfeleistungen, die militärischen Hilfeleistungen, die Deutschland dann erbringen musste, dazu führten, dass der Zeitplan eigentlich für einen möglichen Sieg über die Sowjetunion nicht mehr eingehalten werden konnte. Also das Unternehmen Barbarossa war im gewissen Sinne schon zum Scheitern verurteilt. Neben natürlich noch der enormen materiellen Unterlegenheit, sondern einfach auch vom Timing her. Und was ich noch interessant finde, es gibt noch so einen Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, wo meiner Meinung nach der Krieg auf einem gewissen Sinne schon verloren wurde und das ist Dünkirchen. Das ist die Geschichte um Dünkirchen. Hitler lässt eine ganze britische Armee, ich glaube mit 300.000 Mann, die lässt er ziehen, anstelle sie aufzureiben oder gefangen zu nehmen. Er lässt die Panzer stoppen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ich meine, weil das passt, das passt ja auch nicht so ganz in das Bild des verrückten Diktators, der die Weltherrschaft will und des skrupellosen Feldherrn. Er macht Kehrt, also um nochmal die Vorgeschichte zu nennen. Also es gibt dann beim Westfeldzug nach Frankreich kämpfen die Deutschen nicht nur gegen Franzosen, sondern auch gegen britische Truppen dort. Und natürlich noch diese Geschichten, die Benelux-Staaten sind involviert und die Deutschen gewinnen ja diesen Feldzug und jetzt ist eine britische Armee in Dünkirchen eingekesselt. Und die Deutschen könnten jetzt einfach die alle gefangen nehmen oder die alle umbringen oder was auch immer. Sie machen aber gar nichts. Sie stoppen ihre Armee und lassen den Feind friedlich abziehen, was natürlich verhindert, dass Großbritannien so geschwächt wird, dass es vielleicht kapitulieren würde. Oder den Briten wirklich ganz viel, das hat den 300.000 Mann geschenkt nochmal. Wie kann es dazu kommen? Ja, darüber wird natürlich viel spekuliert. Wahrscheinlich war das ein großer Fehler von Adolf Hitler, denn er selbst hat ja verfügt, dass die deutschen Panzertruppen dort angehalten werden. Er war ja auch dort in der Gegend zu dieser Zeit. Es wird natürlich spekuliert, dass diese Maßnahme, die er befohlen hat, ein Friedensangebot, ein weiteres Friedensangebot gewesen ist an die Engländer. Um die Engländer doch noch zum Frieden zu bewegen, um eben halt den Zwei-Fronten-Kriege sozusagen zu vermeiden. Die Antwort war dann die Luftschlacht um England. Das heißt, die Engländer sind auch auf dieses Friedensangebot gegangen. Und er hat eine Menge Friedensangebote gemacht. Es gibt die Reden von Adolf Hitler in fünf großen Bänden von Max Domarus. Da sind alle Reden Hitlers festgelegt. Und da kann man ganz genau nachvollziehen, was Hitler gesagt hat und welche Angebote er gemacht hat. Das ist nicht von der Hand zu weisen. In den Reden. Das heißt, wir reden jetzt nicht von diplomatischen Depeschen. Nein, in seinen Reden. Die sind ja international ja auch veröffentlicht worden. Und da gab es unzählige, unzählige Friedensangebote an die Engländer. Und das war mit ein Höhepunkt. Aber auch dieses Angebot eben halt, dieses friedliche Angebot, die Truppen über den Ärmelkanal verschwinden zu lassen, das wurde von den Engländern nicht angenommen. Wenn ich mir das jetzt so vergegenwärtige, wie sich die deutsche Führung oder Hitler da verhält, das ist irgendwie so zwiegespalten. Auf der einen Seite ja zögerlich zaghaft England gegenüber, anderen Staaten wie der Sowjetunion gegenüber dann sehr beherzt und entschlossen und präventiv handelnd. Und also so, ich würde sagen, so auf dieser großen Ebene, ja dann doch leider, na was heißt leider, also sozusagen so aus seiner Sicht leider dann ungeschickt. Nicht wirklich effizient. Also es ist dann irgendwie so ein Verhängnis. Der militärische Schlag gegen den Westen war ja vor dem russischen Angriff, beziehungsweise der Angriff auf Russland. Er hat natürlich versucht, mit den westlichen Staaten zu verhandeln. Das hat er natürlich mit Russland nachher nicht mehr versucht, weil er ja wusste, da stehen etliche Divisionen von Panzern, Flugzeugen, da wird aufgerüstet, da besteht die Gefahr. Das heißt, sein Verhalten ist auch eine Reaktion letztlich auf seine Informationslage. Das heißt, in Bezug auf die Sowjetunion ist einfach klar, da steht eine Riesenarmee, da ist nichts zu verhandeln. In Bezug auf England scheint es aber unklar gewesen zu sein. Es scheint aus irgendeinem Grund Hoffnung gegeben zu haben, dass die darauf eingehen könnten. Und es gibt ja die Geschichte mit dem Rudolf-Hess-Flug. Ja, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Das Interessante ist ja, dass Rudolf-Hess, man weiß ja nicht, inwieweit Hitler davon wusste oder ich, es entzieht sich meiner Kenntnis, aber Rudolf-Hess hat Ähnliches geglaubt. Er hat ja auch geglaubt, er könne dort noch Verhandlungen führen, um einen Frieden herbeizuführen. Ich habe in der Literatur, ich weiß jetzt nicht wo, immer gelesen, ja, die Nationalsozialisten hatten aus ihrer Ideologie heraus, ja, so dieses, das Verständnis, die Engländer sind ein germanisches Brudervolk. Die müsse man nur zur Vernunft bringen, weil die sind ja sozusagen aus diesem Rassenverständnis der natürliche Verbündete. Und eigentlich muss man die nur wachrütteln, dann erkennen die das auch und stellen die kriegerischen Handlungen gegen Deutschland ein. Und das fand ich immer so furchtbar dumm und ich habe mir immer gedacht, so blöd waren die doch nicht. Ich glaube nicht, dass die so, also oder so ideologisch verblendet, weil so offensichtlich ist, dass Großbritannien nicht dieser Bruderstaat sein möchte. Und ich habe mich immer gefragt, was könnte so hinter den Kulissen gelaufen sein? Also war die Führung um Hitler, waren die gegebenenfalls in irgendeiner Form getäuscht? Es sind spekulative Fragen, aber ich stelle sie mir. Gab es vielleicht diplomatische oder Geheimdienstkreise, die denen suggeriert haben, ein Frieden wäre möglich? Wäre ja auch eine interessante Taktik von Großbritannien aus betrachtet. Wenn ich jetzt sage, ich bin Großbritannien, dann führe ich Krieg, ich führe den auch entschlossen. Aber dem anderen suggeriere ich immer, ich wäre vielleicht bereit, den Krieg einzustellen. Im Wissen, dass der dann nicht mehr so entschlossen handelt, wenn er darauf eingeht, wenn er den Köder schluckt. Das wäre ja eine interessante Taktik. So vorzugehen. Also es würde zur Kunst der britischen Diplomatie und wenn man sich mal damit befasst, wie die Empire aufgebaut haben, würde es aus meiner Sicht passen. Du sprichst wahrscheinlich auch wieder die Garantieerklärung an Polen. Vielleicht haben sie ja gehofft, dass es einen Krieg gibt und dass man in dem Sinne ja dann auch Deutschland vernichten könne. Diese Garantieerklärung ist ja so gelaufen, dass ja die Engländer den Polen ja in keiner Weise, wie sie es eigentlich versprochen haben, geholfen haben, um eben halt vielleicht einen Krieg zu provozieren. Um eben halt Deutschland wirtschaftlich zu vernichten. Es gibt ja auch diese Geschichte, es gibt ja diese verschiedene Pläne, die erarbeitet wurden, was mit Deutschland nach der Niederlage geschehen soll. Mir fällt jetzt dieser eine Name nicht. Es gibt noch den anderen, wo es ums Ruhr, den Morgentau-Plan. Und das ist so interessant. Der Morgentau-Plan ist ja der Plan, wo es darum geht, in der ursprünglichen Fassung das Ruhrgebiet zu entvölkern und daraus ein Agrargebiet zu machen. Also die komplette Industrie dort zu beseitigen. Also nach meiner Kenntnis nicht nur das Ruhrgebiet, sondern das gesamte deutsche Reich. Ja, ich hatte mal so ein Buch darüber gelesen, wo es um die Morgentau war ja Finanzminister der USA. Und der hatte um sich natürlich einen Beraterkreis. Und die haben diesen Plan während des Krieges immer weiter ausgearbeitet. Dann gibt es verschiedene Phasen und sie haben verschiedene Dinge diskutiert. Mal war die Diskussion, nur das Ruhrgebiet soll entvölkert werden. Also richtig alle raus, da sind grüne Wiesen, da ist nichts mehr. Mal ging es ums ganze Deutschland, mal so, mal so. Also die haben verschiedene Szenarien durchgespielt. Am Ende war es dann der Morgentau-Plan. Der interessante Punkt war aber, die wurden oft mit Informationen vom britischen Geheimdienst versehen. Also das war ja mit einem amerikanischen Finanzkabinett, fand das statt. Aber die Informationen stammten von den Briten und da waren viele Fehlinformationen. Und da wurden auch die Amerikaner von den Briten hinters Licht geführt. Über die Gefährlichkeit der deutschen Wirtschaft. Also es wurde so ein Szenario aufgebaut, die deutsche Wirtschaft sei so stark, dass sie die britische und amerikanische eigentlich auf dem Weltmarkt verdrängt. Und Kern der deutschen Wirtschaft ist das Ruhrgebiet und das muss deshalb irgendwie ausgeschaltet werden. Es geht nicht anders, sonst ist deren Position gefährdet, was aber de facto gar nicht so stimmte. Die deutsche Wirtschaft war sehr stark, aber sie war nicht, gar nicht so diese Bedrohung, also diese existenzielle Bedrohung für die. Das wurde aber bewusst so hingedeutet. Also das ist auch interessant, dass die Urheber des Morgentaup-Plans auch wiederum teilweise manipuliert gewesen sind. Das ist ein sehr verworrenes Netz, die ganze Geschichte. Naja, es sind interessante Dinge und Zusammenhänge rund um den Zweiten Weltkrieg, rund um die ganzen Ereignisse. Es gab ja mehrere Pläne, es gab ja auch den Kaufbahnplan, es gab den Nizza-Plan. Da sollten die Deutschen ja auch sterilisiert werden. Vielleicht kannst du die Pläne, bevor wir die jetzt mal so durcheinander werfen, weil ich glaube, das ist auch für unsere Zuschauer interessant. Wir haben jetzt den Morgentaup-Plan angesprochen, da ging es eher um die Deindustrialisierung vor allem. Aber erklär doch mal die anderen Pläne. Was sind das für Geschichten? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen Pläne, so im Einzelnen habe ich sie nicht im Kopf. Aber ich weiß, dass es diese Pläne gab und es gab auch einen Plan. Ich meine, das ist der Kaufmannplan gewesen, der dazu riet, die Deutschen zu sterilisieren, damit die sich nicht mehr weiter vermehren konnten. Also Auslöschung der Deutschen. Es gibt ja auch dieses Zitat von Winston Churchill nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er sagt, in Bezug darauf, wie mit Deutschland verfahren werden soll, keep them fat but impotent. Also sorgt dafür, dass sie fett sind, also gibt ihnen Wohlstand, aber sie sollen impotent sein, sie sollen sich nicht vermehren. Es ist auch so ein interessanter Fakt, dass Deutschland hatte immer schon, also seit das Deutsche Reich gegründet war, mehr Einwohner als Frankreich. Und das haben die Franzosen als Bedrohung wahrgenommen und es war erklärtes Ziel französischer Innenpolitik, die Geburten aufzuholen. Also sie fühlten sich einfach dadurch, dass es mehr deutsche Rechtsesreihen gab als Franzosen schon so bedroht, dass sie gesagt haben, wir müssen dringend mehr Kinder kriegen, um mit Deutschland gleichzuziehen. Also sehr, ja auch schon eine irrationale, paranoide Angst vor dem deutschen Volk, was ja in seiner Geschichte auch vor den Weltkriegen vor allem eins der friedfertigsten überhaupt war und ist. Das wird ja oft auch, aus meiner Sicht, mit einer starken militärischen Tradition, aber Deutschland war, also aus meiner Sicht, ich spreche sehr subjektiv, aber für mich ist das deutsche Volk sehr friedlich und friedliebend. Also auch aus seinem Wesen heraus, aus seinen Empfindungen und Kai war ja auch nicht wie die Mongolen oder die Römer ein großes Eroberervolk, sondern die deutschen Kriege haben ja auch oft auf deutschem Boden stattgefunden. Wenn ich jetzt an den Siebenjährigen Krieg denke oder den Dreißigjährigen Krieg, ich sehe da eigentlich nicht, wo die Franzosen groß von den Deutschen bedroht gewesen wären jemals. Aber das sind meine ganz, ganz persönlichen Gedanken. Naja, wir haben ja auch nicht den Franzosen und den Engländern den Krieg erklärt, sondern es war ja umgekehrt. Die Engländer und die Franzosen haben ja den Deutschen den Krieg erklärt und interessanterweise nicht der Sowjetunion, die gemeinsam mit Deutschland zeitverzögert in Polen eingefallen ist. Ja, es gab natürlich aus Paris und aus London gab es die Drohung einer Kriegserklärung, aber dabei blieb es auch. Ein schönes Schlusswort. Die Drohung, bei der es blieb. Ja, wir haben jetzt fast zwei Stunden über das Thema sinniert, philosophiert, nachgedacht. Ich glaube, das reicht auch erstmal. Es sind unheimlich viele Informationen ja auch für die Zuschauer gefallen, die müssen verdaut und verarbeitet werden. Es ist ein Themenkomplex. Wir haben heute an der Oberfläche gekratzt. Man könnte über jedes einzelne Detailthema ganze Sendereien machen. Es sollte eine Überschau sein, einmal der Mythos 1939 ein bisschen aufgehellt werden. Es ging nicht in dieser Sendung darum, irgendwelche Kriegsschuldfragen moralisch zu beurteilen, so wie es ja häufig geschieht, sondern wir wollten ein Geschichtsbild aufmachen, was ohne Gut und Böse auskommt, was einfach nur historische Abläufe und Interessenslagen analysiert und einfach einmal schauen, wer wollte da was und wer hat was getan. Es ging darum, eine Alternative zum verfälschten gängigen Geschichtsbild einmal zu bieten, ohne dass wir einen Wahrheitsanspruch erheben im Sinne von, wir haben jetzt erzählt, so und so ist es. Sondern wir sind zwei Geschichtsinteressierte, die einmal aus ihrer Sicht subjektiv anhand gewisser Daten die Sache analysieren. Ich glaube, so kann man das fairerweise sagen, mit dem Ziel, einfach mal eine andere Perspektive aufzumachen und auch eine Diskussion. Und ich weiß, liebe Zuschauer, liebe Freunde, ihr diskutiert unheimlich gern in den Videos, in den Kommentaren. Viele von euch haben ein enormes Geschichtswissen. Das bekomme ich ja immer wieder mit, wenn ich die Kommentare lese. Und ich bin mir ganz sicher auch zu diesem Themenkomplex und wirklich schreibt, kommentiert. Wie gesagt, nochmal ganz großer Buchtipp. Das Buch, diese Ausgabe ist leider schon vergriffen. Die kann ich leider nicht unten verlinken. Aber du hast an dem Buch weitergearbeitet. Ich habe an dem Buch weitergearbeitet. Und es sind ganz, ganz, ganz viele Daten hinzugekommen. Einiges ist auch verbessert worden und einiges ist auch ergänzt worden. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Verlag. Der Verlag, mit dem ich dieses Buch gestaltet habe. Mit dem Verlag gab es leider ein paar Diskrepanzen, sodass ich davon Abstand nehmen würde. Vielleicht finde ich auf dem Weg einen neuen Verlag oder einen neuen Verleger, der Interesse hat. Das Buch wird etwa doppelt so dick werden, bei der gleichen Aufmachung. Ich muss mal gucken, wie viele Seiten sind das hier eigentlich. Das jetzige Buch ist schon enorm. Das sind 446 Seiten. Also so bei 800, 900 Seiten werden das bei gleicher Aufmachung sein. Geballte Daten, muss man sagen. 800 Seiten, detailliert in Bezug auf Adolf Hitler, wann, wo, wie, wer, was, warum. Auch die deutsche Geschichte, ganz knapp dargestellt, von Beginn des Ersten Weltkrieges bis zum Tod Adolf Hitlers. Darüber hinaus noch gibt es ja auch noch Daten nach dem Tod Adolf Hitler, bekanntlich ist der fünfmal exhumiert worden und wieder verscharrt worden in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. Diese ganzen Stellen sind hier auch aufgeführt in dem neuen Buch oder in dem neuen Manuskripten, muss ich sagen. Was ich noch anführen wollte ist, in diesem Buch oder auch in dem nächsten, was vielleicht irgendwann erscheinen wird, ist eine große Bibliografie enthalten. Das heißt, alle Bücher, die auch zu diesem Thema, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Hintergründe dieser ganzen Geschichte darstellen, sind hier aufgeführt. Also wer Interesse hat, wird anhand dieser Bücher sehr viel Interessantes lesen können. Das sind zumeist natürlich Bücher aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Da ist noch nicht so viel Geschichtsklitterung geschehen. Und das sind auch Bücher aus vielen Verlagen, die heute nicht mehr vorhanden sind. Aber man wird diese Bücher, weil sie nicht verboten sind, wird diese Bücher natürlich wahrscheinlich noch im Antiquariat im Netz bekommen. Und ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere, der Zuschauer, weil wir wirklich, ich weiß, wir haben viele richtig Geschichtsinteressierte, werden Fragen an dich haben. Noch Fragen, die wir heute nicht beantwortet haben. Wie gesagt, schickt mir gerne, wie immer, schreibt Kommentare, schickt mir E-Mails. Die Kontaktdaten sind bekannt. Ich leite das weiter. Wenn das dann für dich interessant ist, vielleicht trittst du in Korrespondenz mit dem einen oder anderen. Auf jeden Fall, ihr könnt Richard über mich indirekt kontaktieren, sozusagen. Und ja, mir hat die Sendung unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, mein Kanal trägt ja auch den Namen Geheimnisvolle Geschichte. Insofern war es wichtig, hier mal ein bisschen den Schleier des Geheimnisvollen rund um deinen Mythos 39 zu lüften. Und ich danke dir für dein interessantes Fachwissen und das mit dir diskutieren zu dürfen. Ja, ich danke dir auch, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, Charles, hier auftreten zu können. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. In dem Sinne, liebe Freunde, ciao und bis bald. Tschüss.